Herzlich willkommen bei Cini macht Auge. Ja, es gibt wieder ganz viel zu schauen und zu diskutieren und damit ich das nicht alleine machen muss, habe ich mir einen Gast dazu geholt und zwar den lieben André Sebastiani, auch ein GWUP-Mitglied, genauso wie ich. Und ja, bei der GWUP geht es ja zurzeit heiß her. Es gibt, ja, willst du kurz was dazu sagen? Ja, also es gibt ja schon etwas länger, also seit der letzten Mitgliederversammlung Streit, das ist ja auch auf deinem Kanal schon so leidlich gelaufen. Worüber es eigentlich genau Streit gibt, gibt es auch Streit, wenn man ehrlich ist. Ich würde sagen, die Bruchlinie, die verläuft da zwischen denjenigen, die Themen verbieten wollen und denen, die das eben nicht wollen. Ich zähle mich da zu der Seite, die Themen nicht verbieten wollen. Genau, und was wir heute machen wollen ist, also es gab schon zwei Talks, wenn ich das richtig mitbekommen habe, zwischen, wir sehen ihn hier oben schon eingeblendet, Sebastian Bartoczek und verschiedenen GWUP-Mitgliedern und auch Nicht-GWUP-Mitgliedern. Und beim ersten Talk, den er gemacht hat, da war unter anderem auch der neue Vorsitzende der GWUP dabei, Holm Hümmler. Das war ein relativ langer Talk und wir sind der Meinung, man sollte sich das mal angucken, gewisse Aussagen davon mal genauer unter die Suche, unter die Lupe nehmen und vielleicht auch mal kommentieren. Wie immer alles bei uns wohlwollend lieb, aber manche Dinge müssen wir auch, ja, muss man vielleicht mal doch, kann man nicht unkommentiert so stehen lassen. Gibt es noch irgendwas zu sagen zu dem, was wir uns jetzt genau anschauen werden? Nee, ich glaube, es war das erste Mal, dass sich Holm ausführlicher geäußert hat zu all den Themen, also außer einem Thread, den es da schon mal auf Twitter gab und ein paar anderen Einlassungen oder einzelnen Mails auf der Mailing-Liste, aber halt zum ersten Mal länger am Stück, auch mit einigen Unterstützern, die er hat. Und ja, ich glaube, es ist ganz interessant, da mal reinzugehen. Okay, dann fangen wir einfach mal an. Es sind ganz viele Clips. Wir haben also nicht das ganze Gespräch, das wäre einfach too much. Man muss auch zu den Clips ja was sagen. Wir hören mal rein, das Erste, was wir hier haben, Sebastian Bartoschek zusammen mit Holm Hümmler. Also, Bartoschek übrigens. Oh, okay, Entschuldigung. Siehst du, Name falsch aussprechen, da bin ich ganz empfindlich. Wobei ich sagen muss, der ist da, das vielleicht nochmal eben vorab, der ist da, Macher wird auch immer mal dem einen oder anderen Lager zugerechnet, aber ich fand es jetzt erstmal gut, dass er solche Formate aufgesetzt hat und dafür gesorgt hat, dass da öffentlich gesprochen wird über das, worum es überhaupt geht. Und ich fand, er hat es auch gar nicht so schlecht gemacht, aber das sehen wir ja gleich. Ja, und auch nochmal da, also grundsätzlich, ich bin eh immer gegen Lagerdenken. Ich bin für Argumente denken, deswegen, wir schauen mal an, was wir für Argumente hier vorliegen haben. Wäre es mit Ruven Schäfer, deinem Gegenkandidaten, eine entspanntere GWUP geblieben? Es wäre meines Erachtens wahrscheinlich eine entspanntere GWUP, aber auch eine deutlich kleinere, weil dann sehr, sehr viele Leute ausgetreten wären und wir wahrscheinlich inzwischen einen anderen Verein hätten. Einen schlechteren? Meines Erachtens einen besseren? Ja, aber ja, also ich, wie gesagt, es war halt tatsächlich, wir waren in einer Situation im Frühjahr, wo mir sehr, sehr viele Leute gesagt haben, ich trete aus, ich kann das nicht mehr, ich will das nicht mehr. Und dann ich und ein paar andere auf sehr, sehr viele Leute eingeredet haben und gesagt haben, jetzt bleibt doch wenigstens bis zur Mitgliederversammlung mal dabei und schaut mal, wo es hingeht und schaut mal, wie es sich weiterentwickelt. Und vielleicht können wir den Vorstand ja noch umstimmen, dass wir den Vorstand damals mit dem Vorsitzenden Amadeo Schama eben dazu bringen, dass, sagen wir mal, der Verein wieder weniger politisch wird und weniger ideologisch und sich mehr um das kümmert, wofür wir eigentlich da sind. Nämlich uns mit Parawissenschaften auseinandersetzen und Parawissenschaften, die Banken und aufklären und Verbraucherschutz betreiben und über Verschwörungsmythen aufklären. Also das ist eigentlich das, was wir wollen. Das ist das, wofür ich Mitglied geworden bin und das, was wir auch ja in den letzten über 20 Jahren sehr erfolgreich getan haben. Okay. Ja, also erstmal, relativ langer Clip sogar schon. Ich finde, zu Beginn wird ja erstmal die Frage gestellt, also wäre es mit Ruven Schäfer, der war ja eigentlich, glaube ich, zumindest von Amadeo Schama vorgeschlagen als neuer Vorsitzender, auf die Frage, wäre es mit ihm eine ruhigere GWUP, sagt er ganz klar ja. Also der Stress wäre nicht da gewesen, verstehe ich das richtig? Genau, das sagt er. Und sie wäre kleiner geworden, weil viele ausgetreten wären. Wäre ja mal die Frage, wie viel. Also das ist immer so eine Aussage, ist natürlich so ein Szenario, was da gemalt wird. Oh, hätten wir das nicht gemacht, dann wäre das passiert. Weiß man natürlich immer nicht, ob das dann immer eintritt. Und wie viele Personen, über wie viele reden wir überhaupt? Weiß man das? Also Sie sagen viele. Wie viele das genau sind, wissen wir natürlich nicht. Er hat, glaube ich, gesagt, dass er selber auch ausgetreten wäre. Also an der Stelle wäre der Verein schon mal kleiner geworden. Ich glaube, du hast an der gleichen Stelle gezuckt wie ich, weil die Frage dann kam, wäre das ein schlechterer Verein? Und er sagt, nee, besser. Ja, ich weiß gar nicht, ob er die Frage falsch verstanden hat. Nee, ich glaube schon, dass er eigentlich, dass er es genau falschrum beantwortet, als er es meint. Ja, ja, genau. Wohlwollend annehmen, weil sonst würde er ja sagen, die GWOP ist jetzt schlechter. Ja, ja, genau. Das war ein bisschen merkwürdig. Aber ich glaube auch, das wollen wir mal unter der Kategorie missverständlich oder falsch ausgedrückt. Also ich glaube, er meint, dass sie jetzt besser ist. Genau, glaube ich auch. Aber der Plan war ja eigentlich, dadurch, dass andere Formate mit reinkommen, also zum Beispiel ja auch eures, mit dem Boys of Reason, dass der sichtbare Output einfach größer wird und man an viel mehr Stellen sichtbar wird. Und dass das dann auch zu Eintritten führen würde. Also das war der Plan, die GWOP insgesamt wachsen zu lassen, damit man noch viel mehr machen kann mit dem, was dann an Mitgliedsbeiträgen kommt. Und Fakt ist, wenn man sich die Situation anguckt, dass zum ersten Mal in der Geschichte der GWOP, soweit ich weiß, seit der Mitgliederversammlung der Verein schrumpft. Also so seit Mai 23 kann man sagen, schrumpft die GWOP erstmals seit ihrer Gründung. Also wenn das Ziel war, dass Leute nicht austreten sollen, dann ist das jedenfalls nicht erreicht. Es treten halt nur nicht die aus, die er im Kopf gehabt hat, dass sie austreten würden, wenn er den Vorsitz nicht übernommen hätte. Hat man das verstanden? Ja, ja, schon klar. Also gut, jetzt könnte man natürlich sagen, man weiß, das ist immer das Problem an Spekulationen. Man weiß natürlich jetzt nicht, was wäre passiert, wenn Ruben Schäfer den Vorsitz übernommen hätte. Was wäre passiert, wenn The Boys of Reason weitergemacht hätten und auch natürlich in Bereiche, in Nester gehauen hätte, die natürlich gesellschaftspolitisch sind. Das stimmt. Also die Frage ist ja nur, wieso sollte man das nicht tun? Und ist es nicht sowieso so, dass wir heutzutage in einer Zeit sind, wo sich das letztlich gar nicht mehr vermeiden lässt? Ja, weil alles wird politisiert. Das erleben wir. Egal was für Themen. Das habe ich auch schon in meiner Sendung gehabt. Das ist ja zur Strategie zum Beispiel auch der Rechten gehört, genau in Kulturkampfthemen reinzugehen, damit sie überall stattfinden. Jetzt ist aber die Frage für mich immer, darf ich diese Strategie mitspielen und sage dann, oh nee, das haben die jetzt leider besetzt, da kann ich jetzt nichts mehr zu sagen. Wenn man das mal zu Ende denkt, was Holm hier sagt, dann hast du natürlich irgendwann die Gefahr, dass du dich einfach selbst zensierst. Weil du immer Gefahr läufst, von irgendeiner Seite gesagt zu bekommen, ja, aber da weißt du doch, da ist schon diese politische Ausrichtung, ist ja egal, ob jetzt links, rechts, libertär, autoritär, ist ja auch völlig egal. Weil irgendwo setzen sich die Leute drauf und dann kannst du eigentlich nur noch zu, ja, zu wirklich fast schon unspektakulären Themen oder Themen, die so weit weg von eigentlich gesellschaftlicher Relevanz sind, etwas sagen, dass es auch keinen Mehrwert mehr hat. Weil klar, wir könnten jetzt sagen, wir beschäftigen uns jetzt mal mit Flat Earther, die Erde ist flach, da kannst du dann debunken, aber sind wir mal ehrlich, hat für die Gesellschaft keinerlei Relevanz das Thema Flat Earthing, oder? Ja, genau. Das wäre eine GWOP, die irrelevant wäre. Ich würde aber auch sagen, dass die Politisierung eigentlich erst so richtig durch diese ideologische Beschneidung, nenne ich das mal, der Themen überhaupt erst reingekommen ist. Also, wenn sich da dieser Teil der Mitgliedschaft nicht so aufgeregt hätte über euer Format zum Beispiel, was ja an sich, also ich habe nie verstanden, was das wahnsinnig Kontroverse daran ist, wenn die das nicht politisiert hätten, sehe ich überhaupt nicht, was daran so wahnsinnig politisch ist. Und das andere ist, es ist ja gar nicht so leicht, das Politische vom Unpolitischen zu trennen. Das ist ja, da gibt es ja einen großen Graubereich dazwischen. Und letzten Endes, wenn wir bei Themen, wo wir uns alle einig sind, haben wir nie problematisiert, wenn es politisch wurde. Also, ich habe mal Protest gegen Waldorfpädagogik, ich mache ja viel Anthroposophiekritik und Waldorfkritik im Verein. Und da gab es mal den Versuch in Hamburg, Waldorfpädagogik in eine staatliche Schule einzuführen. Und da haben wir sehr hart gegen protestiert, damals in Hamburg. Da hat niemand Anstoß dran genommen, das haben alle unterstützt. Das war aber total politisch. Ja, natürlich. Also, das ist ja sogar richtig realpolitisch mit Schule. Also, das ist ja nicht mal jetzt einfach nur gesellschaftspolitisch, weil das, was wir ja gemacht haben, deswegen habe ich den Vorwurf auch nicht so richtig verstanden bei The Voice of Reason. Wir haben uns die Themen angeschaut und sie von mehreren Seiten beleuchtet, aber ein politisches Statement gab es ja nie. Es gab ja nie irgendwie die und die Partei sagt das. Und also, genau das, ich habe eine Vermutung, woher das kommt, ja, weil es eben, das hat man heutzutage halt so häufig, es klingt so oder es sind die Themen, die ich auch von denen kenne. Und da hört dann aber leider das differenzierte Denken dann schon relativ schnell auf und es fängt dieses, ach, das ist in der Nähe. Das hatten wir ja auch schon öfter, die Kritik. Es sieht so aus, es rückt in die Nähe von und dann setzt schon so eine Angst ein und das halte ich bei kritischem Denken eigentlich immer für eine schlechte Idee, sich von so einer Angst oder so einem Unwohlgefühl so leiten zu lassen, sondern man muss dann trotzdem sagen, okay, lass uns das doch trotzdem erstmal anschauen, das Thema. Und andersrum würde ich sagen, und da müssen wir vielleicht mal weitermachen, sonst kommen wir nämlich nie durch, andersrum würde ich sagen, wenn mir ein Format nicht gefällt und mir gefallen auch nicht alle Formate, die von Guppis so gemacht werden, dann gucke ich mir die halt nicht an, ist doch kein Problem. Aber ich würde immer sagen, es gibt ein breites Spektrum an Themen und es gibt auch viele unterschiedliche Meinungen und die sind alle vereinbar mit dem, was wir in der GWOP machen. Und wenn es genug Leute gibt, die das Format gut finden und das nicht grob unseren Vereinszielen zuwiderläuft, dann bin ich fein damit, dann sollen die das machen. Sehe ich auch so. Gut, wir machen mal weiter. Zweiten Clip. Und wenn man sich da in Frankfurt trifft, spricht man natürlich drüber, was in der GWOP so vor sich geht und da war natürlich die Frage, also ja, ein Verein, der sich mit Menschen mit Autismus anlegt, was eigentlich nicht nötig gewesen wäre, der sich ganz massiv mit Kernenergie beschäftigt, also nicht mit Kernenergie und den tatsächlichen skeptischen Fragen, also wie riskant ist sowas, wie gefährlich ist Strahlung oder sowas, wo wir tatsächlich was hätten dazu sagen können, sondern wirklich mit Energiepolitik, was überhaupt nicht unser Thema ist oder auch eine GWOP, die sich beschäftigt mit Vokeness und mit so Geschichten von man darf ja gar nichts mehr sagen und Cancel Culture und sowas, dass das eigentlich nicht das ist, was wir haben wollen und dass das nicht der Grund ist, warum wir Skeptiker sind. Okay. Willst du anfangen? Wo soll ich anfangen? Fangen wir an. Okay, also zu den ersten Teilen, da kann ich gar nicht so viel zu sagen, da habe ich die Debatten nicht so richtig mitbekommen, da ging es ja auch um diese Atomenergie-Geschichte, da war ich nicht ganz dabei, da kann ich nicht so viel zu sagen. Willst du da noch was zu sagen, ansonsten würde ich nämlich zu dem hinteren Teil springen. Da, also könnte man sagen, also ich finde, man muss sich nicht in politische Debatten einmischen, aber man kann mit kritischem Denken auch politische Argumente und eine politische Logikaufstimmigkeit überprüfen und das kann man auch bei der Energiepolitik machen. Man kann zum Beispiel mal schauen, kann das überhaupt funktionieren, wie man das geplant hat, indem man sich einfach mal anguckt, was denn da geplant wird und ob das ausreichen kann. Wie viele Windräder brauche ich denn, wie viele Solarpanels brauche ich, ohne dass ich da jetzt eine Antwort dazu hätte. Aber ich finde das total selbstverständlich, dass man auch solche politischen Aussagen mit kritischem Denken hinterfragen kann, ohne dass man selber eine politische Position daraus ableiten muss. Und ich würde jetzt auch nochmal so ein bisschen weiter denken, was genau stört Holm eigentlich daran? Also stellen wir uns mal vor, jetzt innerhalb der GWP würden wir das Thema Kernenergie, bestimmte Leute würden das besprechen. Und selbst wenn es dann nicht unisono ein Statement wäre, sondern stellen wir uns vor, innerhalb der GWP hätten Leute unterschiedliche Argumente und hätten gute Argumente. Das wäre ja auch, also wo ist genau die Problematik? Weil dann würdest du ja im besten Fall, wenn du es eben schaffst, die ganze Polemik rauszulassen, die persönlichen Angriffe rauszulassen, ad hominem rauszulassen, sondern wirklich gute Argumente gegenüberstellst, dann wäre das ja auch ein schönes Beispiel für Außenstehende zu sehen, ah interessant, so kann man das Thema mal diskutieren mit Argumenten, ohne dass vielleicht immer gleich mitschwingt, ah ja, das ist ja auch klar, dass der das sagt, der ist ja von den Grünen, ist ja klar, dass der das so sieht, der ist ja von der FDP. Das wäre ja mal das Schöne, wenn wir dieses, und deswegen nennt sich ja Sebastian Schnelle im Übrigen, auch vorpolitisch, die Diskussionen wieder in den vorpolitischen Raum zu verlagern. Wir besprechen die Dinge mit gutem Argumenten, mit kritischem Denken, bevor sie politisch wären. Das finde ich persönlich einen total schönen Ansatz, ehrlich gesagt. Ja, finde ich auch, absolut. Und das war auch ursprünglich mal eine Sache, die mich in dem Verein total angesprochen hat, dass ich das Gefühl hatte, da kommen Leute mit Ahnung zu Wort und auch unterschiedliche Meinungen. Damals lief das noch sehr viel auf der Mailing-Liste und ich habe wirklich die Möglichkeit, mir mal selber eine Meinung dazu zu bilden, weil ich echt gut informierte Beiträge aus unterschiedlichen Richtungen da lese. Und hatten wir übrigens auch früher mal in der Vereinszeitschrift im Skeptiker immer mal Artikel von der einen und von der anderen Seite. Also jemand hat einen Artikel geschrieben und in der nächsten Ausgabe gab es eine Erwiderung drauf. Und ich fand immer, dass uns das sehr gut getan hat, diese Debatten im Verein zu lassen und das als ganz normalen Teil unseres Vereinslebens auch zu haben. Ja, es ist ja auch total gut, weil du mit so einem guten Beispiel sozusagen vorangehst. Ja, genau. So, dann hinten. Das andere, weil, ja, genau. Autismus war am Anfang noch, ne? Genau, da gab es, ich habe es auch nur am Rande mitbekommen mit dieser komischen ABA-Geschichte, was irgendwie eine Behandlungsform bei Autismus sein soll, wo die Meinungen sehr stark auseinander gehen. Die einen sagen, ist eine, keine Ahnung, legitime Behandlung von Autismus-Erkrankten oder wie man das nennt, oder im Spektrum befindlichen, befindenden Menschen. Ist nicht nur, muss ich mal gerade einhaken, also wird auch bei Autismus eingesetzt, ist aber nicht ausschließlich auf Autismus beschränkt. Also da geht es darum, auch ganz behavioristisch Verhaltensweisen so einzutrainieren. Und das kann man zum Beispiel auch im Arbeitsschutz machen. Ah, okay. Also es hat auch ganz andere Anwendungen. Aber ohne da jetzt inhaltlich drauf eingehen zu wollen, ist da, glaube ich, auch wichtig, dass man, dass diejenigen, die das später kritisiert haben und diesen Brief mit unterschrieben haben, den es da gab, den offenen Brief gegen den Vorstand, die haben es selber eingetragen. Das heißt, die Seite, die sich später beschwert hat, die hat es selber mit eingetragen. Also Lydia Binnicke zum Beispiel hat es selber mit eingebracht. Naja, und jetzt heißt es, diese Themen wollen wir nicht. Also diese Themen, die wir selber forciert haben. Okay, ja. Weil die Debatte am Ende nicht so gelaufen ist, wie man das sich gewünscht hätte. Also der Fairness halber muss man noch erwähnen. Also es gibt eben auch die Fraktion, die sagt, das sei, wenn man diese Behandlungsformen bei Menschen mit Autismus anwendet, dass das sehr unmenschlich wäre, dass das Quälerei wäre. Das ist das, was ich gelesen habe. Ich kann dazu nichts sagen, weil ich davon gar keine Ahnung habe. Ich kann mich jetzt nur wiederholen. Grundsätzlich bin ich immer der Meinung, diskutiert es anständig und dann finden wir schon raus. Und es kann auch immer sein, dass am Ende rauskommt, die einen sehen es immer noch so und die anderen sehen es auch immer noch so. Also diesen Wunsch, dass wir jetzt mal eine ultimative Antwort auf eine komplizierte Frage bekommen, den habe ich im Laufe der letzten drei Jahre meiner Sendung mehr oder weniger begraben. Das muss man irgendwann einfach mal lernen. Diese endgültigen, einfachen, guten Antworten, die gibt es halt leider nicht. Ja, in dem Fall wäre es vielleicht schlauer gewesen zu sagen, also für sowas gibt es auch wissenschaftliche Fachgesellschaften und Fachdiskurse und die können das auf einem ganz anderen Niveau austragen. Das können wir naturgemäß nicht, weil wir nicht in jedem Thema so sehr in die Tiefe vordringen können. Deshalb hätte ich es, glaube ich, schlau gefunden. Man hätte an der Stelle gesagt, also das ist eine Frage, die können wir gar nicht ausreichend kompetent beantworten und deshalb halten wir uns da zurück. Da ist man am Ende auch schlauer, nur muss man halt auch schauen, wie ist es denn dazu gekommen, dass wir die Debatte im Verein so geführt haben. Gut, als letztes kommt ein Vorwurf, oder soll ich direkt sagen, Strohmann, wir hören nochmal ganz kurz rein. Mit Wokeness und mit so Geschichten von, man darf ja gar nichts mehr sagen. Und jetzt kann ich wieder natürlich... Ich möchte es kaum aussprechen, ne? Jetzt kann ich nur spekulieren. Ich vermute mal, dass man mit Wokeness und mit, man kann doch gar nichts mehr sagen, dass man The Voice of Reason meint. Also unter anderem das Format, wo ich mit dabei war. Ich vermute es, ich weiß es nämlich nicht, weil es ja nicht ausdrücklich so gesagt wird. Wenn es so ist, dass man uns meint, dann muss ich halt einfach sagen, die Kritik ist Quatsch. Also wir haben zu keinem Zeitpunkt diesen Satz gebracht, man darf ja gar nichts mehr sagen und so. Also dieses auf künstlich empört gemacht, hat bei uns nie stattgefunden. Und das ist auch etwas, was mich dann so ein bisschen stört. Also ich weiß nicht, ob der Clip auch noch kommt. Da werden halt so Sachen schnell unterstellt, die man halt einfach nicht gesagt hat. Man kann eben Phänomene wie Cancel Culture, man kann Phänomene wie sowas wie Euphemismus-Tretmühle, immer wieder ein schönes neues Wort dafür, die kann man einfach mal besprechen. Und wie die Reaktionen auf bestimmte Wörter sind und so weiter, das kann man besprechen. Das hat aber noch nichts damit zu tun, dass man gleich eben, und da sind wir wieder bei dem Punkt, wir waren nicht diejenigen, die es politisiert haben. Wir haben nicht gesagt, ja die grüne Verbotspartei will das und wählt bitte die keine Ahnung was Partei, weil die wird euch davor retten. Das wäre ja der politische Aktivismus. Den mache ich doch gar nicht, damit habe ich überhaupt nichts am Hut. Gut, ich gucke mir die Dinge an, ich gucke mir an, was gesellschaftlich so passiert. Deswegen auch hier wieder, ich muss die, also ich weiß ja gar nicht hundertprozentig, ob die Kritik an mich gewandt ist, aber wenn sie es ist, muss ich sie abschmettern. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sich das zum Beispiel auf diesen Vortrag von Andreas Edmüller mitbezieht, um den es ja auch eine große Debatte gab. Und da war es halt schon so, dass sich Holm ja auch öffentlich bei Twitter hingestellt hat und einen langen Twitter-Thread geschrieben hat und gesagt hat, also aus diesen Themen sollten wir uns raushalten. Und er hat auch stark kritisiert, dass der GWOP Twitter-Account diesen Vortrag beworben hat. Und das heißt nicht, dass Andreas Edmüller den Vortrag nicht hätte halten dürfen, weil man ja gar nichts mehr sagen kann. Aber es heißt schon, dass wenn man bestimmte Themen anfasst, dass man sehr hart kritisiert wird und nicht in der Sache kritisiert wird, sondern als Person verächtlich gemacht wird. Und das ist für mich Cancel Culture. Ja, so. Und auch da ist es wieder so, keiner sitzt hier und sagt, man darf ja gar nichts mehr sagen. So, das wird immer dieses, ich mag das auch nicht, dieses, das ist halt dieses Strohmannen, ne? Also du stellst irgendwie das Argument schön blöd da hin, um es dann halt so niederzuschmettern. Ja. Ja, gut. Gut, schauen wir mal in den nächsten Clip. Da war aber, als wir uns unterhalten haben, über lange, lange Strecken noch überhaupt nicht im Raum gestanden, dass Amadeo nicht weiter kandidiert. Also das haben wir ja auch alle, das weißt du ja, du bist ja auch, du bist ja auch mit dir diese E-Mail informiert worden. Also wir wissen das auch alle erst, seit die E-Mail kam. Zumindest mir geht das so. Ich weiß nicht, ich habe irgendjemand da vorher informiert gewesen, dass der halt, aber das ist halt, ne? Also der Vorstand wohl, aber die haben, die sind ja dazu vergattert worden, nichts zu sagen und haben auch nichts gesagt. Also mir jedenfalls nicht. Okay. Es geht darum, dass er ja nicht vorher gesagt hat, dass er kandidieren würde und da so als spontaner Kandidat aufgetreten ist. Und da sagen sie, also das hat man ja erst ganz kurz vor der Wahl überhaupt erfahren, dass Amadeo nicht wieder antreten würde. Und die Vorstandsmitglieder, die hätten das gewusst, wären aber, seien aber vergattert worden, nichts zu sagen. Und das stimmt ein Stück weit. Es gab eine Vorstandssitzung, bei der Amadeo gesagt hat, dass er nicht wieder antreten würde. Und ab da wussten es natürlich die Vorstandsmitglieder. Und er hat aber darum gebeten, dass er das selber an die Mitglieder kommunizieren darf und das nicht vorher aus dem internen Kreis rausdringt. Und ich glaube, das war eine Frage von einem Tag oder so. Da hat Amadeo dann halt die Mitglieder angeschrieben und ab da wusste es der ganze Verein. Also es war mitnichten so, dass jetzt der Vorstand wochenlang Bescheid gewusst hätte, bis Amadeo da seinen Brief an alle geschrieben hat. Und er hätte alle im Dunkeln tappen lassen. Okay, also da kann ich jetzt nur, weil ich selber nicht im Vorstand war, ich kann dazu gar nichts sagen. Ich auch nicht. Ich weiß es nur aus dem Vorstand. Ja, ja, okay. Gut, ich würde mal bei sowas immer dazu tendieren. Letztlich weiß ich jetzt nicht, was hundertprozentig wahr ist. Weil die eine, also wenn ich jetzt Richter spielen müsste, dann würde ich sagen, okay, die eine Seite sagt so, die andere Seite sagt so. Ich persönlich stelle mir die Frage, ist es furchtbar relevant? Ich finde es nicht. Ja, ich glaube, da kommen wir gleich noch zu, weil die Erzählung ist, also man hätte das gar nicht als Putsch, wobei ich das nicht als Putsch bezeichne. Also man hätte das alles gar nicht von langer Hand planen können, weil man ja selber erst so kurz Zeit vorher Bescheid gewusst hätte. Aber ich glaube, da kommen wir jetzt gleich. Okay, dann gucken wir mal direkt den nächsten Clip. Klar, wir sind alle irgendwie Skeptiker. Wir haben gerade schon in der Intro alle gesagt, was wegen wir in diesem Verein sind. Ich würde sonst keine großen Gemeinsamkeiten zwischen uns sehen, die irgendwie, gerade politischer Natur finde ich das immer extrem absurd, dass man beispielsweise Holm und mich auf einander bringt, weil ich glaube, wir könnten politischer nicht weiter auseinanderstehen als wir zwei. Also ich finde das irgendwie eigenartig. Okay. Ja. Und da finde ich, also niemand sagt, dass die politisch in einem Lager stehen. Also darum geht es, glaube ich, gar nicht. Also das geht nicht darum, wo auf der Achse links, rechts. Du hattest das, glaube ich, neulich so eine Matrix in deiner Sendung. Eigentlich geht es darum, liberal versus autoritär. Wo steht man da? Und da steht man sehr wohl, glaube ich, in der gleichen Ecke, auch wenn man da politisch nicht unbedingt steht. Denn ich werfe der Seite, die da spricht in den Videos, schon vor, dass die auf der Seite der Cancel Culture steht. Die wollen Meinungen unterdrücken. Die wollen bestimmte Themen unterm Deckel halten und sind insofern autoritär. Und da stehen sie Seite an Seite, würde ich sagen. Ja, also da auch müsste ich, würde ich jetzt mal sagen, also es gibt ja immer noch die Möglichkeit, dass selbst politische Lager, die sich zunächst einmal nicht in der Nähe verorten, sich aber in manchen Dingen natürlich trotzdem verbrüdern können. Also das ist ja jetzt nicht völlig utopisch. Also das Argument dann zu bringen, ja, wir sind ja total weit voneinander entfernt, deswegen können wir gar nicht dasselbe Ziel verfolgen. Es überzeugt ja nicht. Ihr könnt natürlich dasselbe Ziel verfolgen. Und wie du es ja auch gerade gesagt hast, also politisch, wo man steht, ist heutzutage, glaube ich, schon, also wir kennen dieses ganz klassische Links-Rechts. Es gibt andere Koordinatensysteme, zum Beispiel eben, was du gesagt hast, das zweidimensionale, wo wir noch die autoritäre und libertäre Achse haben. Aber es gibt auch da nochmal, schon wieder, also ich habe das mal mehr genauer angeschaut, es gibt, das sind ja immer nur Modelle, um irgendwie Menschen und Positionen irgendwie zu verorten. Das ist aber ja keine so gesehen Naturkonstante oder Naturwissenschaft, sondern das ist ein Modell, was man entwickelt hat, um irgendwie die Realität näherungsweise zu beschreiben. Und daran, dass man, erkennt man ja schon, es gibt mehrere solcher Modelle und manche sind je nach Fragestellung besser und schlechter. Genau, also deswegen ist jetzt kein Rettungsanker zu sagen, guck mal, Holm und Rebecca, ihr seid ja komplett weit auseinander. Je nach Spektrum, je nach Modell steht ihr vielleicht auch direkt nebeneinander, hast du ja gesagt. So, wir gucken mal weiter. Es funktioniert rein logisch nicht, von einem lang geplanten Putsch zu reden, wenn der alte Vorstand selbst erst zwei Wochen vorher bekannt gibt, dass er nicht mehr antreten wird. Gut, ich gehe davon aus, ohne es zu wissen, dass natürlich irgendwer mit irgendjemandem geredet haben wird und Holm natürlich nicht einfach so gesagt haben wird, ich kandidiere jetzt mal gucken, was auf mich zukommt. Aber es muss rein zeitlich ja auf jeden Fall was Kurzfristiges gewesen sein. Und was ist daran also so verwerflich? Gut, ich würde mal hier auch nochmal vielleicht nochmal dieses Strohmann-Ding bringen. Man, also er versucht jetzt hier, der Sebastian Hirsch, sozusagen den Vorwurf des Putsches zu entkräften. Jetzt müsste man natürlich erstmal gucken, wer macht diesen Vorwurf? Ist der überhaupt, also ich mache den zum Beispiel nicht. Ich würde sagen, ich vermute, dass man sich, wie er auch selber gerade zugegeben hat, vermutet er ja auch, dass man sich halt vorher abgesprochen hat, dass man sagt, ey, wenn wir was beim Verein verändern wollen oder wir mit der aktuellen Richtung nicht zufrieden sind, Und wir als Fraktion, wie auch immer man sie nennen möchte, keine Kampfbegriffe, wir sprechen uns mal ab und treffen uns mal bei der Mitgliederversammlung und wählen halt Holm zum Vorstand. Da brauchst du jetzt auch nicht zwei Wochen, da brauchst du auch keine zehn Wochen für. Das reicht, wenn du das zwei, drei Tage vorher einfach besprichst. Und ja, also wenn man jetzt dann den Putschversuch entkräften wollte, meinetwegen, aber die Absprache gab es, inwieweit die jetzt schlimme ist, gut, kannst du ja noch was dazu sagen. Ja, also erstmal setzt es ja voraus, dass Holm nicht angetreten wäre, wenn Amadeu sich wieder zur Wahl gestellt hätte. Das kann sein, dass er das nicht getan hätte, das wissen wir aber nicht. Also das ist erstmal, das muss man erstmal glauben, dass das so wäre. Ich persönlich spreche da nicht von Putsch, ich glaube im HPD in einem Artikel ist der Vorwurf so erhoben worden, das war eine legitime Wahl, das ist nach den Spielregeln zustande gekommen, aber es wurde meiner Meinung nach mutzig gespielt im Rahmen der Spielregeln. Und verwerflich finde ich es, wenn Holm selber vorher mit seinem offenen Brief oder mit dem offenen Brief, den er und viele andere unterschrieben haben, zum Vorstand geht. Das ist im Vorfeld dieser Wahl passiert und dann werden die Vorwürfe da besprochen. Und wenn man dann vereinbart, dass man die verbal abrüstet und die Waffen sozusagen niederlegt und dann aber im Vorfeld von so einer Mitgliederversammlung und auf der Mitgliederversammlung dann auf einmal Stimmung macht gegen diejenigen, die zur Wahl stehen, obwohl man wusste, wer da zur Wahl steht. Und dann so eine Mitgliederversammlung total überrascht damit, wer sich auf einmal noch alles zur Wahl stellt, obwohl man ja auch zwei Wochen Zeit gehabt hätte. Also zwei Wochen ist ja nicht kurz. Also in zwei Wochen tauschen wir im Moment 200 Mails auf der Mitgliederliste, da hätte man doch locker mal in fünf Punkten zusammenfassen können, wofür man eigentlich antritt. Aber nee, Holm ist da auf dieser Mitgliederversammlung wie Kai aus der Kiste gesprungen und stand auf einmal oben auf der Bühne und verkündete, er will die alte GWOP zurück. Und das war sozusagen der Endpunkt von der Stimmungsmache, die jedenfalls diejenigen, die da sich nicht seinem Lager angehörig gefühlt haben, doch mit einem unguten Gefühl im Bauch zurückgelassen haben. Also ich hatte sehr stark den Eindruck da, dass da sehr wohl Absprachen getroffen worden sind, ob das lange durchgeplant worden ist, ob es da ein Drehbuch gab oder so. Es reicht ja eigentlich, wenn ich meine Unterstützer anspreche und sage, pass auf, ihr müsst aufzeigen, ihr müsst da die und die Punkte machen und ihr müsst gegen die Boys of Reason sprechen und ihr müsst da Argumente vorbringen, damit so eine Stimmung auf so einer Mitgliederversammlung entsteht. Also ich frage mich, warum kämpft man nicht mit offenem Visier, warum sagt man nicht, ich möchte einen Gegenvorschlag machen, ich trete da an, ich stehe für folgende zehn Punkte und dann wählt man offen. Also warum hält man sich bis zur letzten Minute bedeckt? Bedeckheiten und dann natürlich auch, wie du gesagt hast, so schon auf so eine emotionale Ebene auch zu wechseln, also im Prinzip ja davor zu warnen, es passiert gerade etwas. Kleiner Gag, der mir gerade noch eingefallen ist, weil du es gerade gesagt hast, die GWP soll so bleiben, wie sie ist. Auch alles sehr konservativ, also hier ändert sich gar nichts, die GWP war schon immer so und die bleibt auch so und das sind die Themen der GWP und wir sind überhaupt nicht progressiv. Möchte ich nur mal kurz so mitgeben für uns Gedanken. Ja und wie diejenigen, die sonst auch immer von der guten alten Zeit schwärmen, die wünschen sich ja auch häufig die gute alte Zeit zurück, die es nie gab. Und ich glaube, Holm will die alte GWP zurück, die es nie gab. Ja und da, ich bin immer, du merkst ja, ich bin ja grundsätzlich eher gar nicht so angriffslustig, aber wenn ich das mal hier ein Stück weit versuchen möchte, dann würde ich ja sagen, dass auch hier wieder eigentlich die Politisierung aus der Holm-Fraktion kommt. Ja, das ist, wenn du etwas sozusagen schon so eng mit so einer Bedrohungslage versiehst und sagst, ja, das bringt uns in so und so diese Ecke, das kommt ja nicht von uns. Wenn du das ins Spiel bringst, dann machst du die Politisierung nicht, das muss man halt auch mal fairerweise so sagen. Und im Übrigen ging es ja auch gar nicht nur um seine Person da bei der Wahl, sondern es sollte der komplette Vorstand ausgetauscht werden. Das heißt, für jeden Vorstandsposten hatte Holm einen Kandidaten in petto, der den hätte einnehmen sollen. Die haben sich nicht alle durchgesetzt, also Ruven Schäfer ist auch in den Vorstand gewählt worden und ich bin auch drin im Vorstand und wir sind da jetzt die Minderheit in dem Vorstand. Aber wenn sein Plan voll aufgegangen wäre, dann wäre der Vorstand komplett ausgetauscht. Ja, aber ohne vier Monate vorher das mit der CIA zusammen zu planen, wie soll das denn gehen? Ja, und da sind wir wieder bei dem, man merkt ja, man kann auch zurückstrommannen, so einfach, man macht immer das Argument des anderen einfach immer weiter lächerlich, versucht man es einfach mal nicht, dann sagt man, okay, hat er ja hier auch Sebastian Hirsch selber zugegeben. Ich glaube, für alle Beteiligten ist total klar, es gab Absprachen vorher, es stand ein Plan, es gab sozusagen ein, man hat sich einen Schlachtplan, Schlachtplan ist auch wieder so ein martialisches Wort, man hat sich eine Strategie zurechtgelegt, das ist glaube ich so, das kann man so sagen. Und da braucht jetzt keiner in die Polemik verfallen, das ist so, ob man, wie man das jetzt nennt, wie schlimm man das findet, finde ich total unerheblich. Wichtig ist, es gab Absprachen ganz offensichtlich, weil sonst passiert sowas auf einer Vorstandsmitgliederwahl, also Mitgliederversammlung mit Vorstandswahl, passiert ja nicht so aus heiterem Himmel, das ist ja Schwachsinn. Also so ehrlich muss man sein. So, wir gucken in den nächsten Clip. Und dann wurde es ja richtig, weil dann eben teilweise auch gerade in sozialen Medien und über die Artikel ja auch so Stop-the-Steel-Rhetorik verwendet wurde, die eins zu eins aus einem Trump-Playbook hätte stammen können. Ja, okay, also von mir kam die nicht, ich weiß nicht, von wem die kamen. Die waren wohl wieder klaut. Keine Ahnung. Irgendwie ist das nicht so richtig sauber gelaufen und man müsste das nochmal sauberer machen. Gut, aber wenn wir das jetzt mal argumentativ wieder versuchen einzuordnen, wie gut ist das Argument, dann sind wir halt... Es ist schon wieder Strom an. Es ist schon wieder Strom an. Ja, gut, machen wir weiter. Ich finde auch, also ja, auch dann der anderen Seite wird jetzt so Trump-Methode. Welcher Seite, keine Ahnung. Aber das ist halt eh immer das Problem. Wir beschäftigen uns ganz häufig in Debatten mit den schlechtesten Statements, mit den schlechtesten Argumenten, mit keiner Ahnung. Vielleicht hat ja irgendeiner auf Twitter, vielleicht einer, der gar nicht bei der GWP ist, hat vielleicht mal irgendwo so einen Kommentar gedroppt. Und ich kenne das, dann wird das gescreenshottet und dann wird der sozusagen nach vorne gestellt und so, guck, der hat das gesagt. Und dann sagst du, ja, aber wer ist das? Wo ist die Relevanz? Ja, aber ich kenne das auch aus vielen anderen Bereichen. Man nimmt sich gerne das dramatische Beispiel, aber ob es das Beste ist, meistens nicht. Wir gucken weiter. Zwei Wochen sind eine unfassbar lange Zeit, um in einer Partei ganz viele Telefonate und Absprachen zu führen, um dann doch mit einer gesicherten Liste und einer gesicherten Mehrheit irgendwo reinzugehen. Das mag einem kurz erscheinen, aber ich mache da kein Geheimnis drauf, ich war früher mal in der FDP, in zwei Wochen organisiere ich dir eine heimliche Mehrheit auf dem Parteitag. Auf dem Delegiertentag, ja. Sehe ich durchaus auch so, weil ich auf dem Delegiertentag weiß, wer da kommt. Auf einer Mitgliederversammlung weiß ich das nicht. Zumal, ganz kurz, wenn ich da kurz einhalten darf, dass du ja auch daran gebunden bist, dass du auf diese MV gehen darfst und wählen darfst. Was ich mir nicht vorstellen kann, dass das nicht aufgefallen wäre, wenn mir jetzt Leute mobilisiert hätten binnen dieser zwei Wochen und dann auf einmal 150.000 Mitgliedsanträge reingekommen wären und Menschen, die MV gestürmt hätten. Was natürlich niemand behauptet hat, dass das passiert wäre. Wir wiederholen uns, wir sagen jedes Mal, es hat halt keiner gesagt. Aber gut, aber erstmal finde ich hier auch einen coolen Move von Bartoschek. Habe ich es jetzt richtig gesagt? Ja, ja, so war total richtig. Du kannst aber auch Bartoschek sagen, dann kannst du nichts falsch machen. Okay, Bartoschek. Finde ich auch hier gut, dass er da auch noch ein bisschen auch mal auf jeden Fall Kontra gibt und eben auch sagt, ey komm, zwei Wochen ist eine Menge Zeit, da kann ich viel mobilisieren. Und wir sehen auch wieder hier, wie man ein Argument, also Rebecca nimmt das Argument, übertreibt es bis zum geht nicht mehr, um dann zu sagen, guck, es kann ja gar nicht stimmen. Ja, so, als würden jetzt 150.000. Ich glaube, bei der GWP, man braucht leider gar nicht so viele. Kann das sein, um da was zu bewegen? Ja, klar. Ja, natürlich. Und man hat die Mitgliederversammlung an irgendeinem Ort, in dem Fall war es in Frankfurt, nämlich da, wo Holm zu Hause ist und auch Leiter der Regionalgruppe ist. Das heißt, der hat seine Homebase sozusagen schon mal vor der Haustür. Und da ist es auch gar nicht komisch, dass die auch in größeren Zahlen da sind. Also wenn ich die GWP-Veranstaltung vor der Haustür habe, dann gehe ich da natürlich hin. Und dass die im Durchschnitt schon mal einen besseren Draht zu holmen haben, als zu rufen, weil die den halt regelmäßig sehen und da mit ihm sprechen, ist ja irgendwie auch klar. Und Fakt ist auch, dass es vor der Wahl massive Fehlinformationen gab. Also auf der MV selber und im Vorfeld auch. Also zum Beispiel die Stimmung, die gegen dich auch ganz persönlich gemacht wurde oder Nikhil, das fand ich schon unschön und ehrlich gesagt auch Skeptikern total unwürdig, so ins Persönliche abzugleiten. Und natürlich wurde eine Stimmung erzeugt. Und natürlich hat man einen gewissen Heimvorteil, wenn man in seiner eigenen Stadt da ist. Das würde ich allerdings auch gar nicht zum Vorwurf machen. Also im Rahmen der Satzung war das schon alles zulässig. Nur man darf sich am Ende nicht wundern, wenn man mit verdeckten Karten spielt und am Ende das Ding an sich reißt, dass das keine vertrauensbildende Maßnahme beim Rest des Vereins ist. Ja, da gebe ich dir absolut recht. Wir können ja total dem Ganzen eingestehen und sagen, ja, hat man gut gemacht, hat man strategisch erfolgreich umgesetzt. Da bleibt aber dann immer noch die Frage, was ist eigentlich der langfristige Erfolg bei solchen Aktionen? Weil du natürlich eine derart starke Unruhe in einen Verein reinbringst, die haben wir bis jetzt, ja, das Nachbeben ist bis heute, das ist jetzt über ein halbes Jahr her. Es kommt keine Ruhe rein und das ist natürlich so, wenn du, es spielt gar keine Rolle, du musst das gar nicht von langer Hand planen, du musst da nicht den großen Coup starten oder so. Das ist doch völlig egal. Allein, dass du in Detailfragen unsauber arbeitest oder eben eine, auch schon einfach nur so ein Gefühl von, oh, das ist aber nicht ganz in Ordnung, bringst du natürlich Irritation rein. Und da frage ich mich dann schon, was ist eigentlich die Strategie danach gewesen? Also die Strategie bis zur MV habe ich verstanden, ja. Man hat aus welchen Gründen auch immer sich gesagt, okay, wir machen das jetzt. Aber was hat man sich eigentlich gedacht, wie es dann weitergeht? Das ist mir nicht ganz klar. Ich glaube auch, dass an der Stelle, ja, dass an der Stelle der Plan abbrach, wollte ich sagen. Nämlich jetzt jedenfalls so wahr. Genau, also das sieht man ja jetzt auch. Also ich bin da ja immer absolut lösungsorientiert, ja. Also auch jetzt, ich bin gar nicht interessiert jetzt irgendwie, der hat aber Schalte gebaut. Und irgendwie immer in der Vergangenheit rumkramen, das kann man mal kurz machen, um eine Sache aufzuarbeiten. Aber prinzipiell bin ich absolut lösungsorientiert. Ich will wissen, was lernen wir denn aus solchen Sachen? Und da würde ich ja zum Beispiel sagen, kann ich sogar dieser ganzen Aktion, also diesem brutalen Putsch, diesem Militärputsch, nein, Spaß. Also da kann ich dieser Strategie sogar etwas Positives abgewinnen. Denn sie hat ja offenbar gezeigt, dass der Verein ein Problem hat. Und zwar, er ist sehr leicht, ja, aus der Ruhe zu bringen. Weil, wie du ja gerade schon gesagt hast, eine Mitgliederversammlung findet dann irgendwie in einem bestimmten Ort in Deutschland statt. Jeder Ort hat eben mehr so seine Anhänger von der Person und so der Person. Das heißt, wir haben da vielleicht ein Problem. Jetzt habe ich in der Mailingliste ja schon gesehen, es wird vorgeschlagen, vielleicht müsste man mal über eine Digitalisierung nachdenken. Dass man sagt, okay, wir müssen vielleicht mal mit dieser Vor-Ort-Präsenz wegkommen, dass man eine Mitgliederversammlung letztlich auch demokratischer umsetzen kann. Weil sonst hast du das Problem natürlich immer an der Backe. Also das heißt, man kann das ja auch sehr positiv sehen. Was kann man daraus lernen? Was können wir als nächstes daraus besser machen? Genau. Und ob ich aktuell für meine Position eine Mehrheit im Verein habe, das weiß ich genauso wenig, wie das die andere Seite wissen kann. Aber interessieren würde mich das natürlich schon. Und vielleicht eins noch, ein Stück weit war das ein Kulturbruch in diesem Verein. Weil bislang war das immer sehr kuschelig und heimlich, sage ich mal. Es gab nie eine Kampfkandidatur. Amadeu stand zur Wahl jahrzehntelang, zumindest seit ich die GWOP kenne. Und der wurde dann immer wieder gewählt. Und diese Fragen haben sich nie gestellt. Und ich glaube, daher kommt es auch, dass man da jetzt so extrem reagiert, weil es diesmal so krass anders gelaufen ist. Und das findet man auch unfair. Ich bin auch seit Jahrzehnten inzwischen im politischen Bereich tätig und bin im Landesvorstand hier in der SPD in Bremen. Deshalb war ich übrigens auch nicht bei dem letzten BARTO-Talk, weil ich da an dem Abend geehrt worden bin für 25 Jahre Mitgliedschaft. Und das wollte ich nicht verpassen. Und dafür habe ich den BARTO-Talk abgesagt. Oh nein. Ja, egal. Aber im politischen Raum, wollte ich sagen, da erwarte ich solche Spielchen. Da gehört sowas dazu, dass man sich Mehrheiten organisiert, dass da auf einmal Leute auflaufen, die hat man noch nie gesehen bei so einer Veranstaltung. Wobei ich das jetzt bei der Mitgliederversammlung, wie gesagt, gar nicht vorwerfe. Aber da gibt es solche Spielchen und da würde ich nachher immer sagen, boah, Mund abputzen. Und das haben sie schmutzig gespielt, aber Respekt so. Also Hut ab, da müssen wir beim nächsten Mal besser vorbereitet kommen. Aber das hatte ich hier halt nicht erwartet. Das ist sozusagen etwas, was war jetzt in dem Verein einfach neu. Genau. Kann man ja auch mal so sehen, die Zeiten ändern sich. Es wird alles irgendwie politischer. Das erleben wir. Ich würde es auch immer, ich bin grundsätzlich Sportler. Ich würde immer alles sportlich versuchen zu nehmen. Und zu sagen, okay, was machen wir draus? Also bin da gar nicht so kampfes, also nicht so negativ eingestellt, wie das vielleicht manche denken könnten. Ich finde auch, Konflikte gehören ausgetragen. Ja klar. Nicht gecancelt, ausgetragen. Richtig. So, wir gucken uns den nächsten Clip an. Es gab dann Leute, die sich gemeldet haben, die gesagt haben, wir würden gerne einen Brief an den Vorstand schreiben. Und darin mal den Unmut formulieren. Würdest du den unterschreiben? Dann habe ich gesagt, ja gut, der zeigt mal her, wenn der Brief so ist, dass ich damit leben kann. Und er war jetzt nicht so formuliert, wie ich ihn geschrieben hätte. Ich hätte ihn deutlicher formuliert und energischer protestiert. Aber ich habe ihn mit unterschrieben und nachdem es dann irgendwann darum ging, okay, die Leute, die diesen Brief geschrieben haben, sollten jetzt in den Vorstand eingeladen werden, guckte man sich allenthalben wohl bei den Briefautoren an. Und dann hieß es so, naja, wer soll denn jetzt mit dem Vorstand reden? Also einer von den Unterzeichnern, Holm, kannst du das denn nicht machen? Ich bin sozusagen zum Vertreter eines Briefes erstmal geworden, den ich nur mit unterschrieben habe. Und dann, nachdem dann sozusagen die Reaktion im Vorstand irgendwie war, ja, das ist ja nett, wir haben uns jetzt euren Brief angehört und wir sehen, ihr seid unzufrieden, aber wir verändern eigentlich nichts. Jetzt war natürlich klar, dass das auch auf der Skeptikon nochmal thematisiert werden würde und in der Mitgliederversammlung nochmal thematisiert werden würde und dass wir da auch ein bisschen laut werden würden. Okay. Laut werden ist auch eine super Strategie für Skeptiker, finde ich. Also so sollte es sein, ja. Also da muss man richtig laut werden und die anderen niederbrüllen, dann haben wir es geschafft. Aber okay, das unterstelle ich jetzt wieder. Ja, was für einen Brief geht's? Also es war quasi, die unzufriedene Fraktion hatte schon vorher einen Brief geschrieben und hat gesagt, die Boys of Reason, die sind so blöd, die kritisieren Woke und so und das wollen wir nicht. Dann hat der Vorstand gesagt, so what? Und dann hat man gesagt... Nee, hat der Vorstand aber nicht gesagt. Also das war das, wir haben vorhin schon kurz drüber gesprochen, wo es dann ein Gespräch mit dem Vorstand gab und Holm hat diese Seite der Briefeschreiber da vertreten. Und Amadeu hat da zum Beispiel, ohne dass es da jetzt eine argumentative Veranlassung gab, zumindest wurde mir das so zugetragen, kenne ich ja auch nur vom Hörensagen. Amadeu hat da zum Beispiel angeboten, sein eigenes Engagement auch zurückzufahren. Also da ging es zum Beispiel um seine Kernkraftbeiträge. Achso, also man hat sich schon... Genau, und also auch schon damals kann man ja mal gucken auf den prominenten GWOP-Kanälen, wenn man sich den Blog mal anschaut. Du bist ja ursprünglich auf dem Blog mal sehr häufig und sehr prominent platziert worden, so habe ich dich auch überhaupt erst gefunden. Ja. Aber als die Voice of Reason dann am Start waren, wüsste ich jetzt nicht, dass das im Blog mal prominent platziert worden wäre. Heißt also, die Seite hatte eigentlich auch schon eine gewisse Kontrolle über gewisse Kanäle oder der Kanal wollte es von sich aus nicht bewerben. Aber man könnte ja mal zurückfragen und sagen, also welche Zugeständnisse hat denn eigentlich die Wokey-Fraktion, wenn wir sie so nennen wollen, welche Zugeständnisse hat die Seite eigentlich gemacht? Also ich wüsste bis heute nicht, dass es da irgendeines gab. Und vielleicht muss man in so einem Verein auch mal zu einem Interessensausgleich kommen. Also zum Beispiel, indem man sagt, okay, ihr macht eures und wir machen unseres. Ja. Und wo du es gerade noch erwähnt hast, da muss ich auch immer ganz, ganz, ganz arg schmunzeln, wenn ich da nochmal drüber nachdenke. Wie gesagt, vor zweieinhalb Jahren, glaube ich, war das, wo die GWP zum ersten Mal an mich herangetreten ist und ich ja dann auch ein Interview um Skeptiker hatte und ganz häufig auch im Blog vertreten war und so weiter. Und weißt du, was ich so witzig daran finde? Weil mein Content damals war tausendmal politischer als jetzt. Der war so politisch. Der war, also heute bin ich wesentlich differenzierter. Haue weniger auf die Kacke. Aber du haust auf die Falschen jetzt. Ja, ja, genau. Das ist wirklich, also du sitzt dann da und denkst, komisch. Also da hast du zwei Jahre lang oder eineinhalb Jahre lang bei Querdenkern natürlich klar, die offensichtlichen Sachen, die konnte man ja easy debunken. Ja, also wenn es irgendwie, keine Ahnung, ein Michael Wendler da irgendwie sagt, im September sind alle tot, da lachen wir alle mal und dann ist es offensichtlich Quatsch. Oder dieser eine Anwalt da anfängt von irgendwelchem blauen Licht zu faseln. Das war ja die easy Targets, aber ich habe ja dann trotzdem auch mich auch aufs politische Feld gewagt und war da eigentlich, ehrlich gesagt, recht einseitig unterwegs. Also das ist ja so ein Prozess, dass man dann irgendwann merkt, ja okay, ganz so einseitig geht es halt eben auch nicht. Man muss dann schon mal gucken, ist vielleicht auch was dran, macht man nicht vielleicht auch selber den Fehler, dass man immer nur auf das schlechteste Argument einer vermeintlichen Gegenseite reagiert. Ja, weil das ist naheliegend, das ist menschlich, dass du natürlich, du willst entkräften und dann kümmerst du dich halt nicht um das beste Argument, sondern das, was du am besten widerlegen kannst. Und das wurde super krass von der GWOP natürlich gefeatured, hat anscheinend keinen gestört, weil es irgendwie, ja wie du gesagt hast, da war man sich dann einig, das geht schon gegen die Richtigen. Jetzt, wo ich einfach nur ein Phänomen, eine gesellschaftliche Entwicklung kritisiere mit The Voice of Reason, also zum Beispiel diese Wokeness-Gedanken und so weiter, wo ich schon gar nicht mehr politisch das irgendwem zuschreibe, da kam dann die Kritik. Und da sagte ich mir so, hm, das ist interessant, also checke ich gar nicht, ehrlich gesagt, also beziehungsweise ich checke es schon, aber dann müsste ich der Gegenseite halt wieder Politisierung vorwerfen, ja. Und das Lautwerden passt dann aber am Ende ja ganz gut zur Wokeness, weil in den Diskursen geht es ja dann ganz oft um Macht, also da geht es ja nicht um das bessere Argument, sondern die erklären ja dann ganz viel über Machtstrukturen und da passt das Lautwerden dann vielleicht doch dazu, da möchte man Macht ausüben. Tja, dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Wir hatten ja bei der MV, als dann klar war, dass eben Holms Kandidatur passieren wird, die Diskussion unter den Mitgliedern, ob wir eine Listenwahl machen oder ob wir die Posten einzeln wählen. Und also ich habe das gemacht und ich weiß von vielen anderen Leuten, die jetzt irgendwie alle mit dem Holm-Hümmler-Label versehen werden, dass wir uns dafür eingesetzt haben, aus Gründen der Demokratie und der Transparenz, dass wir nicht nach Liste wählen, sondern einzeln, damit halt eben nicht diese Möglichkeit besteht, dass jetzt irgendwie ein kompletter Pulk von Leuten, die alle einer Meinung sind, ein Monolith bilden könnten, was bei uns ja sowieso schon nicht der Fall ist, also bei den Leuten, die jetzt im neuen Vorstand sind, Eintritt, sondern dass halt eben auch Leute wie Rufen, die halt eben original nominiert waren, die Möglichkeit haben, wenn sie den Vorsitzendenposten nicht bekommen sollten, dann halt eben in anderen Vorstandsposten sich wählen zu lassen. Also einfach der Fairness halber. Da musst du mir jetzt mal ein paar Infos zugeben. Ja, also es gab den, ähm, 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 es gab den Vorschlag, nicht als Liste abzustimmen, den kompletten Vorstand, sondern, ähm, alle Vorstandsposten einzeln abzustimmen. Und da sagt sie, also, ähm, wir haben uns ja ausgesprochen für, ähm, dafür, dass einzeln abgestimmt wird über jeden Posten und schon deshalb sieht man, dass wir hier nicht den ganzen Vorstand austauschen wollten. Ähm, ich würde aber doch sagen, man hat sich einfach nur die besten Chancen ausgerechnet, wenn man jeden Posten einzeln abstimmt, weil man wahrscheinlich sich schlechtere Chancen ausgerechnet hat für eine Listenwahl. Ähm, denn wenn ich da, ähm, eine komplette Liste, ähm, von einer Seite hinstelle, dann hätte es natürlich schon sein können, dass auch viele Mitglieder, die sich noch gar keine große Meinung gebildet hatten im Vorfeld, dann, äh, gesagt hätten, das kommt mir jetzt aber komisch vor. Ähm, wäre wahrscheinlich auch viel leichter gewesen für, für Amadeo und andere, die da schon, äh, lange am Ruder, ähm, sind, sich da, ähm, auch noch, noch zu positionieren im Laufe der MV. Das heißt, ich glaube, die Chance, oder man wird sich eine viel höhere Chance ausgerechnet haben, indem man einzeln abstimmt und zum Beispiel Holm hinstellt und sagt, der hat schon viel gemacht, der war sichtbar im Verein, der, äh, ist, äh, laufend in irgendwelchen Streams, äh, zu sehen, den findet man sympathisch und, ähm, der hat eine echte Chance, dann gewählt zu werden. Und, also, man hatte halt für jeden einzelnen Posten einen Kandidaten dabei. Die haben sich dann halt nur in der einzelnen Abstimmung nicht alle durchgesetzt. Ähm, ähm, ich gehe aber doch sehr stark davon aus, dass man so abgestimmt oder das, das Verfahren so abgestimmt hat, wie man sich die, die besten Chancen ausgerechnet hat. Das ist strategisch auch einfach wieder clever, muss man sagen. Also, auch zu, äh, ja, also, äh, finde ich ein bisschen abstrus. Man hat für jeden Posten einen Kandidaten dabei, aber die sollten eigentlich gar nicht gewählt werden. Und Rebecca wollte das also so haben, damit der Ruven auch wirklich noch eine Chance hat und dann nicht da einfach, einfach abschmiert. Damit er sich dann, ne, auf den nächsten, äh, auf den nächsten Platz für den Stellvertreter noch, noch bewertet. Im Übrigen, also, warum man auch die Liste dann nicht natürlich sofort alles austauscht, ist doch auch, äh, hatte ich auch mal in der Sendung, da hatte mal ein Veganer, äh, gesagt. Also, der hat, das war ein Ausschnitt aus einer Arte-Doku und er sagte, ähm, wenn man alles oder nichts fordert, kriegt man in der Regel nichts. Deswegen sollte man das häufig nicht tun. Äh, du bekommst häufig mehr. Ja, wenn du viele einzelne Posten eben zur Debatte stellst, ja, und dann kriegst du vielleicht eben fünf von acht. Was schon mal geiler ist, als wenn du einfach nur sagst, komm, entweder alles oder nichts. So. Und Holm wurde zuerst gewählt, da war man, also, rieb sich ein bisschen die Augen, dass das tatsächlich geklappt hat, hab ich jedenfalls so wahrgenommen. Und dann hat er direkt nach der Annahme seiner Wahl seine gewünschten Stellvertreterinnen nominiert. Also, das deutet für mich nichts darauf hin, dass da was dran ist, ähm, dass man das aus Fairnessgründen so, so hat abstimmen lassen. Dann gucken wir mal in den nächsten Clip. Also, ich weiß noch, dass, dass jemand aus dem alten und neuen Vorstand direkt nach der Vorstandswahl zu mir kam, oder nach der Wahl des stellvertretenden Vorsitzenden zu mir kam und sagte, Mensch, das ist gut, dass Ruben sich entschlossen hat, als stellvertretender Vorsitzender dann zu kandidieren, wenn er nicht Vorsitzender geworden ist, weil dann können wir diese Leute mit integrieren. Das war eigentlich von vornherein unsere Absicht, auch alle, alle irgendwie mitzunehmen. Ähm, wie gesagt, ich hab so ein bisschen den Eindruck inzwischen, dass manche einfach nicht mitkommen wollen. Ja, das, das Sprachbild ist vielleicht gar nicht so schlecht. Also, man wollte alle mitnehmen. Er selber wollte sich aber nicht auf die anderen zubewegen, offensichtlich. Also, ja, also alle dürfen, alle dürfen jetzt mit ihm mitreisen, so wie er das gerne möchte, ja, also er ist der Busfahrer jetzt und alle dürfen gerne mitfahren, aber nur dahin, wo er auch hinfährt. Ja, okay, also man kann's ja auch mal wohlwollend interpretieren, dann würde ich jetzt sagen, ähm, ja, sie wollen ja, machen ja ein Angebot, also du kannst ja auch nach ihren Regeln spielen, das ist doch okay. Dann kannst du halt weiter mitspielen, ja, wie weiß ich, auch hier wieder, ähm, glaubt, hat man nicht geglaubt, dass das auf Widerstand trifft, oder war es einem egal? Das ist jetzt Spekulation, aber, weil ich, ich frag mich immer so, wenn du sowas, wenn du sowas umsetzt, glaubst du dann wirklich, dass du, also das, das fragt man sich ja immer, so, glaubt er wirklich, dass, das so, ah, wir müssen das jetzt retten und danach finden das auch alle okay? Ne, ich glaub, ähm, an einer Stelle, ähm, sagt er auch, er hätte das sogar für schädlich gefunden, wenn man das vorher diskutiert hätte. Das hätte dem Verein geschädigt. Das ist, ich glaub, wir müssten eigentlich auch einen Clip dazu haben, aber ich glaube, der wäre eigentlich vorher im Gespräch dran gewesen. Okay, ich hoffe, ich hab nichts übersprungen, aber, ähm, das ist ja auch interessant, das, das hört sich dann ja an, wie man müsse vielleicht ja Menschen auch zu ihrem Glück zwingen, ne? Also, wir wollen gar nicht in die Diskussion, sondern die, die vielen Gewubbler da draußen, die wissen ja gar nicht, wie problematisch, äh, ich und The Boys of Reason sind und das jetzt, wenn wir da jetzt so eine Diskussion anfangen, nein, dann werden die auch mit so blöden Gedanken, äh, konfrontiert. Das ist nicht gut. Und, ne, das hat dann ja auch wieder dieses, ähm, paternalistische heißt das, glaube ich, auch so. Wir entscheiden das mal für euch. Es ist schon für euch, für das Bessere für euch. Darüber kann man sich immer streiten. Ob das in einer, in einem Skeptiker-Verein der richtige Weg ist, mag ich dann doch mal hart bezweifeln, weil, äh, das ist ja nicht, das ist ja genau das, wo wir eben nicht sein wollen. Sag mal, hast du den, den Clip mit der Nummer 9 noch irgendwo? Ja. Ich glaub, das wär schon gut, wenn wir den, äh, ich glaub, den haben wir übersprungen. Okay, dann gucken wir den mal an. Und, äh, war dann eben klar, dann, dann müssen wir eben kandidieren. Und auch da war wieder meine, mein allererster Impuls zu sagen, Leute, wir dürfen das nicht öffentlich austragen. Wir dürfen nicht, äh, öffentlich krachschlagen vor der Mitgliederversammlung, weil dann, dann schaden wir einfach dem Verein. Wir müssen einfach auf der Mitgliederversammlung eine klare Alternative präsentieren, ähm, und. Für Deutschland oder nur für den Verein? Entschuldigung. Und mit dieser klaren Alternative müssen wir halt, äh, dann, dann, nach draußen gehen und dann richten wir den Verein eben neu aus. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, womit ich nicht gerechnet habe, ist, dass andere Leute so bereit sind, den Verein einfach, äh, öffentlich niederzumachen und öffentlich zu schädigen. Also wir haben uns immer bemüht, dass das eben nicht alles öffentlich auszutragen, sondern eben da auszutragen, wo es ausgetragen werden sollte, nämlich erstmal im Vorstand und nachdem das nicht, äh, nicht zum Erfolg geführt hat, eben auf der Mitgliederversammlung. Äh, äh, okay, gut, dass du den Clip nochmal erwähnst. Also den finde ich schon krass. Also, so, jetzt, jetzt muss ich mal gucken, ähm, ja, das ist doch ein Putsch, also was er sagt. So, er will genau die, die interne, also ich will das Wort eigentlich gar nicht benutzen, aber, aber das, also, äh, wenn ich das richtig verstehe, dann will man genau diese Diskussion im Vorfeld nicht haben. Ähm, man muss es so machen, um dann auch die, die Ausrichtung des Vereins wieder so zu korrigieren. Das, das ist eigentlich, ähm, wie gesagt, also, ne, äh, ich, ich mach's jetzt einfach mal, ist es nicht mein Argument, aber, äh, ein militärischer Putsch ist im Prinzip, dass genau so machst du es, dass du sagst, nee, nee, wir kriegen das nicht auf demokratischem Wege umgelenkt. Also, wir übernehmen jetzt mal kurz, richten das alles wieder so, so, dass das passt und, und dann, wenn wir die richtigen Leute an den richtigen Stellen positioniert haben, dann kann man das auch wieder laufen lassen, also. Ja, und selbst, wenn man das jetzt nicht so militärisch sendet, finde ich das Argument in einem Verein, wo es um kritisches Denken geht, schon sehr merkwürdig, dass man sagt, also, ne inhaltliche Debatte, wo es auch um ne Richtung geht am Ende. Er sagt ja selber, ähm, ich glaube, auf der Mitgliedsliste hat er es geschrieben, ähm, dass das eine Richtungswahl war. Also, es war eine Richtungswahl, aber niemand wusste, wo es hingehen sollte, ähm, na, die Richtung wurde vorher nicht besprochen, es wurden keine Argumente vorher öffentlich ausgetauscht, weil das, das hätte geschadet. Also, er meint, wenn er vorher, ähm, gesagt hätte, wofür er steht, dann hätte das geschadet und deshalb wollte er das, äh, wollte er eine klare Alternative auf der Mitgliederversammlung präsentieren, hat er aber ja gar nicht. Er hat ja nicht inhaltlich irgendwas vorgegeben. Ähm, er hat bestimmte Formate schlecht gemacht, ähm, mit seinen Unterstützern und, ähm, hat was von der alten GWUP geredet. Eine Richtung habe ich da bis heute noch nicht, noch nicht gehört und jetzt dreht das ja dann sogar noch um zum Ende hin und bezeichnet Kritiker als vereinsschädigend. Also, die, die jetzt Kritik üben, die schaden, also ich schade jetzt wahrscheinlich gerade im Verein und du wahrscheinlich auch, ähm, und das hat er völlig unterschätzt, dass jetzt Leute dann tatsächlich ihn kritisieren dafür, dass er, ähm, vorher nicht mit offenen Karten gespielt hat. Das, ähm, das, äh, finde ich schon wirklich bemerkenswert. Ich, ich mag auch das Argument nicht zu sagen, äh, jetzt stoppt mal die Diskussion, hört auf zu kritisieren, ihr schadet dem Verein, weil, ähm, was sind wir denn hier? Wir sind doch hier nicht die, die Boyband, die nach außen hin irgendwie, ähm, das, das tolle Image verkörpern muss, ja, äh, die GWUP ist ein Verein für kritisches Denken, ähm, Skeptiker. Also, also, wenn wir es nicht schaffen, ja, Konflikte öffentlich mit guten Debatten auszutragen, äh, wem wollen wir denn dann überzeugen? Also, ja, und was ist die Alternative? Also, der, der Vorstand gibt das alles vor. Ja. Also, der diktiert, der diktiert allen die Meinung, oder wie? Soll's, soll's denn sein? Verstehe ich nicht. Also, ich hab genau das entgegengesetzte Verständnis davon, ich finde, die Mitglieder sollten diskutieren, die Mitglieder sollten die Richtung vorgeben und der Vorstand ist dann letzten Endes der Erfüllungsgehilfe, der hat das umzusetzen, was die Mitgliederschaft mehrheitlich möchte. Absolut. Und auch hier wieder, äh, dass, dass man dieses Vertrauen gar nicht hat, finde ich so merkwürdig. Also, du musst doch eigentlich, finde ich, als ein Verein der GWUP, du musst doch einfach nur ganz vorsichtig, also, beziehungsweise so Rahmen stecken. Wenn du sagst, okay, Leute, wir beleidigen uns nicht, wir diffamieren nicht, wir packen nicht irgendwelche beschissenen Labels an Leute dran, äh, rechtsextrem, linksextrem, was weiß ich, Anarcho, irgendwas, machen wir einfach nicht. Wenn wir uns daran halten, ja, dann können wir doch erstmal diskutieren und am Ende entscheiden, wohin's geht. Also, das, das finde ich dann schon ein bisschen strange, dass man auch, das wirkt immer so, auch wieder ängstlich, ängstlich vor der Diskussion, vor der, äh, und auch hier wieder so diese, diese Außenwirkung, was interessiert das denn? Also, ich weiß mal nicht, das ist auch so ein vorgeschobenes Argument, ich glaub das auch nicht. Ich hatte das in meiner Sendung auch. Also, immer zu sagen, ja, das bringt uns die in eine Ecke, der, der und so, so und so. Also, jetzt, man muss auch mal die Kirche im Dorf lassen. Es ist ja nicht so, dass, wenn wir, ähm, ein Videoformat haben bei der GWUP, wo man jetzt vielleicht mal, äh, Cancel Culture gesagt hat, ja, dass sofort bei Spiegel Online, der, ähm, die Eilmeldung rausgeht, äh, äh, GWUP driftet ab. Das ist, sorry, das ist ein bisschen, da nimmt man sich auch selber zu wichtig. Und man betreibt es ja selber, ne? Ja. Man bringt es ja selber ins Spiel, ja. Genau, also, man, man, äh, man pinselt einen braun an und sagt, ey, guck mal, da steht ein brauner. Ja, genau. Komisch. Sehr komisch. So, jetzt weiß ich gar nicht, bei welchem Clip waren wir stehen geblieben? Hatte ich zwölf schon? Ich glaub ja, ne? Oder? Äh, elf hat, nee, zwölf hatten wir noch nicht. Welchen hatten wir noch nicht? Zwölf müsste jetzt kommen. Zwölf könnte, okay. Also, äh, ich hab mich, äh, danach dann nach einigem Abstand mit Amadeo getroffen und, äh, wir, äh, arbeiten inzwischen bei der IT gut zusammen, äh, dass wir die Vereins-IT jetzt auf neue Gleise bekommen, weil da natürlich auch Leute gesagt haben, äh, nö, ich möchte jetzt nicht mehr die IT machen und dann, äh, also Amadeo ist da, ist da sehr hilfreich und sehr kooperativ. Und wenn ich sage, es gibt Leute im Verein, die offensichtlich den Verein lieber gegen die Wand fahren wollen, als, äh, als, äh, als mit uns zusammenzuarbeiten, ist Amadeo da definitiv nicht dabei. Und für meine Begriffe, äh, muss Amadeo jetzt im nächsten Jahr oder im Jahr drauf, äh, oder spätestens zwei Jahre drauf Ehrenmitglied werden, weil er einfach so eine unglaubliche Leistung für diesen Verein vollbracht hat in diesen ganzen Jahren. Weil, also, ich meine, niemand sieht jetzt mehr als ich, wie schwierig es ist. Ich muss dir da natürlich... Ja, ich glaube, da braucht man ein bisschen Kontext dazu. Ja. Also, er sagt jetzt ja, Amadeo arbeitet mit mir inzwischen gut zusammen und der war, also, vorher persönlich auch sehr verletzt, aber der macht das jetzt so ganz, äh, vorbildlich. Ja, ähm, also, nach meiner Wahrnehmung, und ich spreche auch häufiger mit Amadeo, hat er da mitnichten seinen, seinen Frieden gemacht. Und man muss sagen, er arbeitet jetzt notgedrucken mit ihm zusammen, denn sonst würde nichts laufen. Also, die IT, das sagt er ja selber, da will jemand aufhören, äh, andere wollen nicht mehr die IT machen. Ja, die wollen nicht mehr die IT machen, weil Personen aus Holms Lager die systematisch niedermachen in öffentlichen Debatten. So, und derjenige, der die IT gemacht hat, hat gesagt, ja gut, aber für solche Leute möchte ich mich nicht ehrenamtlich, äh, engagieren. Also, das mache ich dann nicht auch noch. So, ähm, und die Übergabe der IT hat bislang hinten und vorne nicht funktioniert. Das heißt, das hat Holms Lager bislang einfach überhaupt nicht auf die Kette bekommen. Und, äh, dann ist Amadeo der Verein einfach doch zu wichtig und, äh, dann hilft er halt lieber noch so viel aus, ähm, dass es noch funktioniert, ja. Also, er arbeitet notgedrungen zusammen und, ähm, nicht, weil er das jetzt total, äh, super findet und, äh, Holm da gerne unterstützen möchte. Unterstelle ich jetzt Amadeo zumindest mal. Ich weiß jedenfalls, dass es echt daran liegt, dass, ähm, dass da Ehrenamtliche auch systematisch vergrault, äh, werden. Ja, und Amadeo hilft dann aus, damit überhaupt noch irgendwas läuft. Da war auch wieder ein kleiner Stroman, würde ich zumindest sagen, drin. Ähm, ähm, ihm wirft er nicht vor, dass er wie andere den Verein lieber vor die Wand fahren würde. Äh, äh, ich kenne keinen, der den Verein mutwillig jetzt vor die Wand fahren möchte. Würde ich auch Holm nicht unterstellen übrigens. Nee, nee, auf gar keinen Fall. Ich glaube ihm tatsächlich, dass er, dass er glaubt, dass er dafür die richtige Sache unterwegs ist. Ich soll dir mal was sagen, das ist das Schlimmste meistens, dass sie ja da glauben, dass sie das Richtige tun. Das ist eigentlich... Finden die aber ja umgekehrt von uns auch. Ja, aber wobei ich ja gar nicht weiß, also, ja. Aber deshalb müssen wir uns über die Argumente... Genau. Austauschen. So, weiter geht's. Werden jetzt Leute aus der GWUP rausgesprochen, ausgeschmissen, die von Zigeunern und Negern sprechen? Toll, jetzt hat mein Video auch diese Red Flag drin. Äh, ja, mutig von Bartoszek. Äh, ich weiß gar nicht, wie er es schafft. Dafür nicht komplett... Ich glaube, diese Wörter haben wir, glaube ich, bei The Voice of Reason nie genannt. Möchte ich nur mal erwähnen. Gut. Ja, keine Ahnung. Naja, er ist ja auch der Moderator. Ja. Zeigt aber irgendwie, dass er die eigentliche Bruchlinie nicht so richtig auf dem Schirm hat an der Stelle. Will ich ihm jetzt nicht vorwerfen, aber um die Frage geht's eigentlich nun wirklich nicht in dem Streit, oder? Ich kann dir das nicht beantworten. Wie, äh, wie gesagt, bei The Voice of Reason haben wir diese Wörter nie gesagt. Grundsätzlich haben wir über Worte gesprochen. Ähm, ich weiß gar nicht, ich kann mich gar nicht erinnern, dass die Diskussion, äh, also grundsätzlich hatte das schon öfter in meiner Sendung, dass ich diese, dass ich diese, äh, A, B, C, D, E, F, G, Wort, Geschichte halt, das wird ab einem gewissen Punkt absurd einfach. Aber, äh, ja, kann ich jetzt auch nicht mehr zusagen. Also, ich glaube nicht, dass man da aus dem Verein geschmissen wird, dass, wenn man das sagt, oder, ja. Ja, ich glaube halt, dass die Frage, äh, so ein bisschen an, an der Debatte vorbeiführt. Ja. So, wir gucken weiter. Immer, die Gruppe hat immer ganz unterschiedliche politische Ansichten, äh, integriert. Äh, äh, gesagt, ich war in meiner Anfangszeit noch sehr aktives, nee, so ganz aktives CDU-Mitglied war ich nicht mehr, aber, äh, viele, viele von den, von den Gründern, glaube ich, waren in der SPD. Äh, wir haben Grüne, wir haben, äh, also, wir haben eigentlich das gesamte demokratische Spektrum in der Gruppe mit drin immer gehabt. Und das hat immer, äh, immer auch gut funktioniert, weil man einfach gesagt hat, wir machen eben auch keine Politik in dem Sinne, außer den Dingen, äh, die eben mit Parawissenschaften und mit Verbraucherschutz zu tun haben, wo man sich eigentlich auch einig ist. Das, äh, das, äh, ist eigentlich auch das, wie es meiner Ansicht nach bleiben sollte. Wo man sich auch einig ist. Und woher weiß man, ob man sich einig ist? Wie findet man das heraus? Ja, und wir wollen keinen rausschmeißen, aber zu dem Zeitpunkt, als er das gesagt hat, war längst entschieden, dass, ähm, dass, äh, Stefan Kirsch, der den, ähm, den, ähm, GWOP-Twitter-Account, ähm, gemacht hat, oder, der einen, einen Account betrieben hat unter GWOP e.V., hat er selber mit ihrem amtlichen Engagement, ähm, betrieben. Und dann, ähm, ähm, sollte er, weil er, ähm, eine GWOP-Veranstaltung beworben hat, nämlich die mit diesem Andreas Edmüller-Vortrag, das, äh, hat angeblich gegen, äh, äh, Absprachen, äh, verstoßen, die man hatte, sich nämlich aus politischen Themen rauszuhalten. Und das sei jetzt so ein Vertrauensbruch, deshalb müsste Stefan die, ähm, die, die Daten zu dem Twitter-Account rausgeben und wenn er das nicht innerhalb von, weiß nicht, einer Handvoll Tagen, ich weiß nicht mehr, wie viele Tage wir da, äh, äh, gesagt hatten, macht, dann sollte er aus dem Verein geworfen werden. Und das war ein Vorstandsbeschluss, der gegen Rufens und meine Stimme, ähm, mehrheitlich beschlossen, ähm, wurde. Moment, 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 Moment. Ich muss das nochmal ganz, du erzählst das so, äh, so, äh, so lapidar, dann verpasst man manchmal, was das eigentlich bedeutet. Also, äh, also Moment, es gibt einen Twitter-Account, ähm, der heißt GWUP e.V, ist aber von einem ehrenamtlichen Mitglied bisher betrieben worden. Nee, der heißt, at GWUP. Es gibt jetzt der neue, offizielle ist GWUP unterstrich e.V. Okay, okay. Seiner ist GWUP, at GWUP. Okay, aber der hat das jahrelang einfach gemacht, ehrenamtlich, hat dann immer so, was weiß ich, alles, was mit GWUP zu tun hatte, in weitesten Sinne halt, äh, mal geteilt. Hat einen Account mit 20.000 Followern aufgebaut. Also, es ist ein echt großer Twitter-Account geworden, der professionell betrieben wurde. Okay, und dann hat er diesen, ähm, Vortrag von Andreas Edmüller beworben und das war doch eine Veranstaltung, die unter anderem auch von der GWUP veranstaltet wurde, oder nicht? Mhm, genau. Herr, man darf jetzt eigene Veranstaltungen nicht mehr bewerben. Genau, also um das Bild noch ein kleines bisschen weiter aufzumachen, nach der Vorstandswahl hatte Stefan ursprünglich gesagt, dann schmeiß ich hin. Er wollte sich eigentlich auch zur Wahl stellen für den Vorstand, hat er dann nicht getan, ähm, ist dementsprechend auch nicht gewählt worden und hat nachher gesagt, macht euren Kram alleine, ich twitter nicht mehr für die GWUP. Ähm, und das wollte man einfach so hinnehmen und, ähm, unter anderem Ruven und ich, äh, haben im Vorstand aber vertreten, Mensch, äh, da hat einer das so viele Jahre gemacht und, äh, aus einer Enttäuschung, äh, raus schmeißt er die Sachen hin, aber das nehmen wir doch nicht einfach so hin, denn wir sprechen doch erstmal mit dem, wie es weitergehen kann und ob wir da nicht noch wieder einen Weg finden, äh, dass die erfolgreiche Arbeit auch weitergeführt wird. Ja, und da hat man sich dann auch drauf eingelassen, ja, wir versuchen das nochmal, sprecht mal, sprecht ihr mal mit dem, wenn ihr einen Draht zu ihm habt und so weiter und dann wurde eine Vereinbarung, ähm, getroffen. Offensichtlich hat Holm sich nochmal mit ihm unterhalten und ihm da Auflagen gemacht, hat, äh, er jedenfalls, ähm, gesagt und an die hätte er sich nicht gehalten, indem er diesen Vortrag beworben hätte, weil da war Ansage, dass nichts Politisches getwittert werden sollte. Also abgesehen davon, also, ja, also, so eine Ansage finde ich schon, ehrlich gesagt, eine Schweinerei, äh, wenn's ein, wenn's eine Veranstaltung ist, die von der GWOP mitgetragen wird, dann ist das erstmal völlig in Ordnung. Ähm, das nächste ist auch so, jetzt werden Leute rausgeschmissen, weil sie sich nicht an solche Vorgaben halten? Naja, weil er daraufhin seinen Twitter-Account, den er erstellt hat, der ad-GWOP, abgeben sollte und wenn er das nicht in einer gewissen Frist macht, ähm, dann, also, es wurde ja auch schon verkündet, das neue Social-Media-Team mit Sebastian Hirsch unter anderem, ähm. Entschuldigung, da muss ich kurz lachen, ja. Falls jemand das nicht weiß, Sebastian Hirsch, äh, super feiner Kerl, äh, sein Twitter-Account ist, ähm, wie formuliere ich das jetzt diplomatisch? Also, ich hab selten jemanden erlebt, der so asozial reinklotzt wie der, also, überall reinscheißt und Wahnsinn. Entschuldigung, meine Meinung. Also, ich hätte jetzt gesagt, bei einer Bewerbung um den diplomatischen Dienst würde seine Bewerbungsmappe nicht oben aufliegen. Ja, das ist das, was du gesagt hast, äh, ich, äh, guck mir das jedes Mal mit großen Augen an und denke mir, okay, der hat, der geht schon, der geht schon steil auf Twitter und der soll jetzt Twitter übernehmen für die GWOP, geile, steile Idee. Ähm, ja, aber nochmal jetzt kurz ernsthaft. Wie dem auch sei, also, jedenfalls sagt er hier, niemand wurde aus der, äh, äh, GWOP geschmissen, wir wollen keinen rausschmeißen, äh, es wurde aber längst ein Vereinsausschluss, äh, beschlossen, der wurde inzwischen aber wieder zurückgenommen. Ah, okay. Ähm, man hätte sich da juristisch beraten lassen und, äh, da sei abgeraten worden. Hä? Also, warte, 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 also du machst schon wieder erstmal den Move, der genau das bestätigt, was man kritisiert, ja, sobald irgendwas geteilt wird, was sogar noch innerhalb der GWOP stattfindet, dann, äh, überwirft man sich da irgendwie, dann wird der rausgeschmissen. Jetzt nimmt man das aber nur zurück, weil das wahrscheinlich juristisch, ähm, ja, problematisch sein würde, weil du kannst nicht einfach Leute rausschmeißen aus einem Verein, das muss man, glaube ich, also, ich bin jetzt auch kein Jurist, aber, äh, es ist gar nicht so einfach, Leute einfach rauszuschmeißen. Man müsste denen schon dann nachweisen, dass sie wirklich vereinsbeschädigend agieren. Ob das juristisch problematisch ist, ob das die Auskunft war, das weiß ich nicht. Ja, ja, gut. Aber grundsätzlich. Kann auch sein, dass das die Auskunft war, das ist nicht so einfach und, ähm, das kann eine lange Schlammschlacht geben und, äh, macht das besser nicht oder so, kann auch sein, das weiß ich nicht. Aber, genau, aber unabhängig davon, der Versuch an sich, finde ich schon, was ist das wieder für eine, für eine interne. Für ein verdientes Mitglied, ne? Ja, also, was ist das für eine? Wirklich verdientes Mitglied. Und Gold-Mitglied hat immer weit über den, den normalen Mitgliedsbeitrag hinaus auch gezahlt, äh, stundenlange Arbeit, da, da reingesteckt, einen Riesenaccount aufgebaut, ähm, und am Ende steht dann das. Also, bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Ähm, also, rück die Daten raus oder wir schmeißen nicht, wir schmeißen nicht aus dem Verein. Boah. Nicht nett. So, wir machen weiter. Und ich bin jetzt, ich bin jetzt derjenige, der dem Verein schadet, weil ich das, äh, dieses Gebaren transparent mache, wahrscheinlich heißt es wieder, ich habe jetzt Vorstandsinterner, ähm, ausgeplaudert an der Stelle, aber da muss ich sagen, da fühle ich mich, ähm, an Vertraulichkeit nicht gebunden, weil ich finde, das, das muss die Vereinsöffentlichkeit schon auch erfahren, wie da, äh, vorgegangen wird. Ja, das ist ja immer das, äh, don't shoot the messenger, Leute. Also, der, der es sagt, ist nicht das Problem, wer, das ist immer, das passt ja genau in diese Rede auch rein von eben, was wir gehört haben, äh, wir wollen die Debatte nicht, das schädigt den Verein. Nein, man muss es ertragen. Man muss die Kritik ertragen, man muss auch ertragen, wenn da Sachen nicht gut laufen, ähm, ich wiederhole es auch gerne an der Stelle, wir sind nicht diejenigen, die hier irgendwas an die Wand fahren wollen. Wir wollen den Verein hier nicht, äh, ruinieren, aber wenn etwas nicht cool läuft, dann muss man das auch ganz nüchtern sagen können und, äh, genau, das, ein anständiger Skeptiker-Verein kriegt das hin. So, Clip Nummer 16. Rebecca, Sebastian, jemand nutzt die Begriffe Zigeuner und Neger. Soll der in der GWOP sein? Cringe ein bisschen dabei. Also, ich bin kein großer Freund davon, wenn man das reproduziert, da bin ich vielleicht auch so ein bisschen Klischee-Geisteswissenschaftler. Das hat aber meiner Ansicht nach nichts damit zu tun, ob du in diesem Verein was verloren hast oder nicht. Das ist eine, ähm, das ist eine ganz andere Frage und da können wir, keine Ahnung, da könnten wir zwei uns wahrscheinlich jetzt irgendwie drei Stunden lang drüber diskutieren, ob das angebracht ist oder nicht. Aber das sind halt eben, äh, politisch-kulturelle Diskussionen, die halt nicht wirklich in den Remit von dem fallen, was die, was die, was die GWOP meint. In den was, in den was? Sorry, in den, in den, in den, in den, in den, ja, so Kunstkreis der Themen, die wir behandeln sollen, fallen, den die, 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 die GWOP hat. Und, ähm, ich, ich finde, das wäre nur auf der Ebene relevant und die ist mir persönlich auch recht wichtig. Deswegen habe ich auch, ähm, den Brief mit unterschrieben und mich da auch im Vorfeld irgendwie engagiert, dass wir da ein bisschen, ähm, drüber sprechen. Dass wir natürlich auch versuchen müssen, meiner Ansicht nach, ein Verein zu werden, in dem sich auch Leute wohlfühlen, die halt eben davon persönlich angegriffen werden, wenn man diese Begriffe benutzt. Oder in dem sich halt auch irgendwie, keine Ahnung, Transpersonen wohlfühlen oder sonst wie queere Personen wohlfühlen. Ich habe schon manchmal, äh, als Frau so ein bisschen das Problem, dass ich, dass ich das Gefühl habe, ich werde nicht ernst genommen, als Geisteswissenschaftlerin ganz zu schweigen. Und wenn wir halt, ähm, verschiedene Perspektiven auf die Themen haben wollen, die, die uns betreffen und halt eben auch von, äh, Entwicklungen wissen wollen, die uns für uns interessant sein können, brauchen wir ein breites Spektrum an Mitgliedern. Also von dem, von dem, äh, von dem, äh, von dem Winkel her betrachtet kann das kritisch sein, aber es würde niemals dazu führen, dass ich jetzt fordern würde, wir müssen, äh, Bato hat das jetzt gesagt, werft Bato raus. Ähm, ja, also ich glaube, es dürfte bekannt sein, ich habe hier eine gänzlich andere Meinung zu. Ähm, diese, ich finde, dass, dass das Pferd hier von der falschen Seite, wie nennt sich das, aufgeräumt wird, ähm, das ist so häufig so, dass man eben sagt, wir brauchen das diverse Spektrum schon in den Menschen, ja, in den Menschen. Das ist genau das, was ich nicht mag, weil, ähm, das setzt immer schon so voraus, dass, keine Ahnung, ähm, die schwarze Person, die behinderte Person ja für eine bestimmte Meinung oder ein bestimmtes Argument steht. Und das, genau das brauche ich doch gar nicht. Ich will ein diverses Meinungsspektrum. Ich möchte diverse Argumente in einem, äh, Verein haben. Ob das am Ende 20 weiße Cis-Männer sind oder 20, äh, mehrgewichtige schwarze Frauen, das ist mir komplett egal. Ich weiß, dass das halt die Leute, das ist jetzt so, ne, also da bin ich im, ähm, in der Ansicht sozusagen weit weg von Rebecca, weil, ähm, ich, ich, also man muss das richtig verstehen. Ich habe null Problem damit, wenn das so ist. Aber das darf nicht die Vorgabe sein. Das ist nicht, es macht das Argument nicht besser oder schlechter, was für ein Geschlecht du bist. Ob du, äh, oder ob du transgeschlechtlich bist oder ob du, äh, schwarz oder behindert oder das spielt keine Rolle. Jedes Argument muss gleich, also, ne, im Grunde, wenn wir uns auf argumentativer Ebene austauschen, dann müsste ich alles wegstreichen können, ja, deine Herkunft, deine sozioökonomische Situation, deine Hautfarbe, dein Geschlecht, das alles spielt keine Rolle. Was wir hier machen wollen, ist ja Argumente miteinander vergleichen. Deswegen, ich kenne diesen Ansatz, ähm, diverse, äh, ja, Positionen zu besetzen. Ich habe bis heute noch keinen Fall gesehen, wo ich sagen würde, oh krass, das hat, ähm, das hat ja richtig viel gebracht. Mhm. Ja, finde ich auch. Und ich finde, also, man kann an bestimmten Stellen und sollte man auch Rücksicht nehmen, ich kann argumentative Beispiele so wählen, dass ich auch das Gefühl habe, damit habe ich auch eine Chance, den anderen abzuholen und, äh, stoße ihn nicht einfach unnötig von, von Kopf. Aber da, wo das sein muss, finde ich, muss man das auch aushalten und ich kann nicht Sprache alleine auf der Grundlage der sensibelsten Person zensieren, sozusagen. Also, ich kann nicht auf, äh, jede Sensibilität, ähm, äh, Rücksicht nehmen, dass, das funktioniert am Ende nicht. Zumal ich da, bei denen, die das fordern, auch immer eine Doppelmoral sehe. Also, im gleichen Gespräch, äh, äh, sagt, äh, äh, geht, geht Rebecca Martin Mahner zum Beispiel total hart an, weil er einen Artikel gegen Critical Studies, äh, äh, geschrieben hat, der voller Bullshit ist und da zieht sie so richtig vom, vom, vom Leder. Da ist das überhaupt kein Problem. Oder du hattest es neulich auch, als du, äh, über Alexander Hoaxmaster, ähm, äh, gesprochen hast. Ja, also es geht dann immer um die eigene Seite. Also, ähm, Sensibilität gegenüber Transpersonen ist, äh, anscheinend ganz wichtig, aber, ähm, auf unserer Seite, in Anführungsstrichen, ist mit Till Randolf Amelung ja auch eine Transperson. Spielt keine Rolle, ist ja nur ein Top. Ja, die hat aber, ja, die hat die falsche Ansicht, die, die Person hat aber die falsche Ansicht und deshalb nimmt man dann auf die halt doch keine Rücksicht. Und, äh, hier muss ich auch nochmal sagen, Rebecca ist hier auch, äh, macht hier im Prinzip auch wieder einen, einen Strohmann, ja, ähm, weil sie sagt, dass, äh, sie wünschte sich ja doch, dass man Rücksicht darauf nimmt. Und jetzt möchte ich aber gerne mal wissen, wer im Verein hat denn, und dann meinetwegen auch gerne mal bei The Voice of Reason mal reinschauen, ja, wer hat denn jemals irgendwie, äh, die Worte genannt, die jetzt Bartoszek eben gesagt hat? Wer hat denn wirklich mal was Verletzendes gesagt? Mhm. Das, das möchte ich gerne erstmal sehen, weil ich habe sowas noch nie gesagt, ja. Äh, äh, es wird mit viel Mühe immer versucht, irgendwie was in diese Richtung. Ja, du hast dann das sowas, ne, mittlerweile ist ja die Strategie dann schon, dass man, ähm, Aussagen einfach als solches definiert, was schon problematisch ist. Und soweit, das geht halt nicht. Also du kannst heute, wenn du dich jetzt hinstellst und sagst, es gibt nur zwei biologische Geschlechter, das wird jetzt neuerdings von manchen Personen als, äh, Beleidigung, als transfeindlich, als transfeindlich gesehen. So, und da muss ich dann sagen, nee, so können wir das Spielchen ja gar nicht spielen. Ähm, wenn du mir sagst, äh, du hast da irgendwie, weiß nicht, so über die hergezogen, ja, über irgendeine Person, dann würde ich sagen, okay, zeig mir das, wenn ich das gemacht hab, entschuldige ich mich, sag gegen gar nicht, hab ich mich hinreißen lassen. Aber nur so Statements, also es gibt dieses, ne, also es gibt nur zwei biologische Geschlechter oder was Matt Walsh dann irgendwie mit seinem Film da etabliert hat, äh, what is a woman, also was ist eine Frau, das ist auch schon, das zu fragen, wird jetzt als, ähm, vermute ich mal, ne, also schon so als das geframed und dann sage ich, das kann es ja nicht sein. Also weil, weil sonst, ähm, bin ich mir ziemlich sicher, dass auch Rebecca und ich völlig einer Meinung sind, was denn eine Beleidigung ist, ist doch klar. Und dass wir die innerhalb eines Vereins wie der GWOP nicht haben wollen, ja, natürlich, also ich bin der Letzte, der jetzt sagt, wir wollen hier uns alle gegenseitig, ähm, unter der Gürtellinie treffen, auf gar keinen Fall, hab ich auch nie gemacht. Und wir hatten es auch schon bei der Debatte um die angeblichen Neurechten-Narrative, ähm, es hängt auch immer noch davon ab, in welchem Kontext ich ein Wort benutze. Also ich mache ja, wie gesagt, viel Anthroposophie-Kritik und in Steiners Texten finden sich ganz dumpfe Rassismen. Also er sagt an irgendeiner Stelle, ähm, beim Neger, da kocht die, die Sonne Afrikas noch im Hinterhirn und deshalb hat er so ein starkes Trieblegen. Leben. Und das ist natürlich rassistische Kackscheiße, da müssen wir uns doch nicht drüber unterhalten. Aber die geht ja nicht weg davon, dass ich das, äh, das Wort nicht, nicht ausspreche, sondern, ähm, ich hab's auch tatsächlich mal eine ganze Zeit lang nicht ausgesprochen, ähm, weil ich die Kritik aufgenommen hab. Und, ähm, dann hab ich aber nochmal drüber nachgedacht und denk mir, nee, ich muss das schon thematisieren. Auch, dass das ein gebräuchlicher Ausdruck war zu der Zeit, den geschichtlichen Kontext herstellen. Ich bezeichne ja niemanden mehr so, aber zu der Zeit, ähm, wurde das so, äh, so benutzt und der Rassismus, der ist da. Und eigentlich schwäche ich den noch ab, indem ich das Wort nicht, ähm, nicht benutze. Und ich will ja gerade rausstellen, was für eine Scheiße das ist. Genau, also, äh, ich glaub, das ist jetzt natürlich wieder das Problem, äh, wir unterhalten uns hier, wir müssten echt mal ein Gespräch führen mit, äh, Leuten. Ja. Da bin ich auch absolut dafür, das muss ich auch mal sagen. Also, genau, dafür haben wir ja auch die skeptische Gesellschaft. Also, ich möchte die Debatte auch führen, weil mich interessiert das wirklich. Ja, 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 ähm, und auch da, äh, das, das, das Merkwürdige ist dann auch, das hab ich dann auch gemerkt innerhalb meiner Sendung, Man kommt irgendwann in eine Situation, äh, wo man letztlich, äh, das Wort oder solche Wörter verteidigen muss, obwohl man selbst der Letzte auf der Erde ist, der solche Wörter als Beleidigung nutzen würde. Und das ist so eine absurde Situation, das hab ich dann gemerkt. Also, ähm, selber ja, äh, Migrationshintergrund, super diversen Freundeskreis, äh, und, äh, also auch viele schwarze Freunde, ne? Und jetzt muss ich mich hinstellen und einfach nur aus der Logik heraus und der Vernunft heraus erklären, warum dieses Wort nun mal das da ist, was es für eine Bedeutung hat. Und das ist auch so, das ist so absurd irgendwie, ne? Also, das, das hat mich dann echt schon, also ich, ich, ich hab auch gar keine Lust, das immer wieder zu reproduzieren, ja? Das kommt ja gar nicht von meiner Seite aus. Ich muss nur, ich muss nur dagegen argumentieren, wenn jemand versucht, eben, äh, sozusagen die, die Geschichte neu zu schreiben. Also, da bin ich dann raus. Ja. Gut, gucken wir mal in den nächsten Clip. Persönlich würde ich mich mit solchen Leuten nicht umgeben. Ich würde sie aber nicht aus dem Verein rauswerfen, wenn ich die Macht hätte, die ich ja nicht habe. Ich bekleide ja kein Amt. Ähm, aber ich möchte, äh, also, wenn jemand so eine Position vertritt, dann hat das ja auch häufig fast mit Provokationen zu tun. Mhm. Und, äh, dann möchte ich aber auch, dass solche Personen in der Lage sind, sich einer echten Debatte zu stellen. Und ich möchte parallel aber auch das Recht haben, ihn dann als rassistischen Trottel zu bezeichnen, wenn er einfach nur aus Provokationen diese Begriffe verwendet. Was, was mich dabei immer umträgt, ist, dass ich ganz häufig dort eine Doppelmoral erlebe. Man teilt gerne aus, aber man erträgt das Echo nicht. Und dann redet man von Cancel Culture oder, äh, Wokeness oder was auch immer. Ähm, obwohl es einfach nur darum geht, okay, du willst provozieren, dann provoziere ich auch. Also der andere, ich bin, bin von Hause aus Grundschullehrer und, äh, ähm, der andere hat aber auch, das war sowas, das habe ich nach jeder großen Pause, äh, gehört, habe ich noch nie durchgehen lassen, das ist das Argument. Der hat halt provoziert und wenn einer provoziert, dann möchte ich ihn auch rassistischen Trottel nennen dürfen. So, das ist, das ist genau dieser... Genau, das ist die Bewerbungsrede, um, um, über offizielle Grupp, äh, Kanäle. Ja, nur zur Änderung, äh, dieser nette Herr soll jetzt demnächst den offiziellen Twitter-Account, äh, von der GWOP übernehmen. Also zumal, äh, du dich, glaube ich, und, und Liethele und Co. haben sich nicht über die Wortwahl von Kritikern aufgeregt. Nein. Das, äh, das führt hier, glaube ich, auch in die, in die Irre. Es ging da schon darum, ähm, dass versucht wurde, das Format zu canceln. Ja, klar. Und dass eben nicht Ideen kritisiert werden, sondern Personen. Und letzten Endes spricht das aus ihm ja auch raus. Also wenn ich jemandem Provokation unterstelle, also wenn ich was als provokativ wahrnehme, dann will ich den auch rassistischen Trottel nennen dürfen. Und da finde ich, nee, kritisiere Ideen und kritisieren nicht Personen. Zumal auch da wieder du das Problem hast, ähm, äh, was, was ist denn eine Provokation? Ja? Also in, äh, offensichtlich wäre es für Sebastian Hirsch schon eine Provokation, wenn ich zum Beispiel in der Sendung, äh, Wörter erkläre und sie dann auch ausspreche. Dann mache ich das nämlich gar nicht, weil das kann er mir ja einfach unterstellen. Dann mache ich das gar nicht, weil ich, ähm, den Sachverhalt erklären will, sondern ich will ja eigentlich nur provozieren. Und das ist so ein bisschen merkwürdig, weil ich kann natürlich immer irgendjemandem unterstellen, dass er eigentlich nur provozieren will. Und wenn ich gleichzeitig dann, was er ja gerade gesagt hat, dann mir den Freifahrtschein dafür gebe, dann Leute auch beleidigen zu können, ja gut, dann kann ich halt immer Leute beleidigen. Und dann kann ich immer sagen, ja gut, so guck mal, wie der da sitzt, das provoziert mich voll, dann kann ich ihn auch Trottel nennen. Ja, nee, so funktioniert's nicht. Einfach, ganz einfache Regel, Leute nicht Trottel nennen. Also, also kannst du machen, aber ist halt eine Beleidigung, so. Gut, ja, argumentativ bin ich nicht überzeugt, so. Meiner Ansicht nach findet teilweise überhaupt keine Debatte statt. Es werden halt Vorwürfe in den Raum gestellt. Und immer wenn man versucht, diese Vorwürfe festzunageln über die vereinsinternen Medien, dann wird entweder gar nicht reagiert, ausgewichen oder halt so verschiedenste Rhetoriktaktiken benutzt, um halt der eigentlichen Debatte aus dem Weg zu gehen. Dieses ganze Thema mit dem Putsch, das ist ja nicht zuerst diskutiert worden auf internen Medien, sondern es ist ja sofort in die Öffentlichkeit breitgetreten worden. Und so läuft's eigentlich bei all diesen Subthemen, die sich dann daraus so ergeben haben. Es gibt halt kein zentrales Medium, was von allen genutzt wird. Es gibt halt das interne Netzwerk, so ein Social-Media-Netz der GWOP. Und es gibt halt die Mailing-Liste. Und es gibt halt aber keine Personalnummern, wo jeweils alle drauf sind. Das wollen auch gar nicht alle. Aber das ist halt ein Problem. Wir haben fast zweieinhalbtausend Mitglieder und da sind ganz, ganz viele dabei, die wollen sowas eigentlich auch gar nicht, weil die wollen die skeptische Idee unterstützen. Die wollen sowas eigentlich gar nicht mitkriegen und insbesondere nicht zehn, zwanzig, dreißig zum Teil wirklich hochgradig aggressive Statements an einem Tag lesen. Okay, also die wollen, das ist jetzt schon das fünfte Mal oder so, dass man so ein bisschen die Debatte, also erst sagt Sebastian Hirsch, man will die Debatte gar nicht und dann sagt Hümmler, ja viele wollen aber auch die Debatte gar nicht. Hä? Ja, also was denn jetzt? Ja, und am Anfang heißt es, auf Kritik wird nicht reagiert. Also echt, habe ich jetzt nicht so wahrgenommen, dass auf Kritik nicht reagiert wird. Ich habe eher umgekehrt wahrgenommen, dass zum Beispiel auf die langen Ausführungen von Holger Marx, der sich glaube ich viel Arbeit auch damit gemacht hat, die zu erstellen, was eigentlich ein neurechtes Narrativ wirklich ist und was nicht, dass darauf nicht reagiert wird. Aber ich würde dann schon gerne mal wissen, also wann, bei welchem Thema wurde zu was nicht reagiert. Kann man ja vielleicht dann mal nachliefern. Und im Gegensatz kann ich aber auch klar sagen, was ich wissen will von Holm, nämlich wer darf was und zu welchem Thema in der Gruppe eigentlich sagen. Das ist das, was ich in meinem Silenzwoche-Video ja auch gesagt habe. Ich würde gerne einfach, also ich bin null böse oder irgendwas, ich rede auch jetzt hier nicht von Putsch und so. Das ist mir alles egal. Das ist ja alles, auch diese ganze Wahl, das ist dann halt alles so passiert, das ist alles für mich kein Problem. Ich möchte jetzt einfach nur wissen, was ist jetzt eigentlich die Ansage? Ich brauche jetzt mal eine klare Ansage und eben nicht so Geschichten wie, ja, wir haben da mal so hintenrum entschieden, dass der Twitter-Account soll das nicht teilen. Das sagen wir aber auch nicht. Wenn er es doch tut, dann gibt es aber auch Probleme, beziehungsweise nicht, weil es ist ja juristisch schwierig. Und gleichzeitig sagen wir es sagen, aber halt nicht so und nicht und also jeder darf alles sagen, aber nicht als GWP und nicht über offizielle Vereinskanäle, aber ansonsten darf jeder alles machen. Genau. Und wenn es uns aber nicht passt, dann nennen wir ihn halt rassistischen Trottel, aber. Ja, und was glaube ich auch nicht richtig ist, ist, dass die Kritik zuerst öffentlich losschlug. Okay, das weiß ich nicht. Ich glaube, das war ziemlich zeitgleich, also auf der Mailing-Liste, im sozialen Netzwerk und aber auch öffentlich ging ziemlich zeitgleich die Kritik los. Unter anderem auch, weil das von der Unterstützerseite von Holm, was ich übrigens gar nicht großartig vorwerfe, aber diejenigen, die ihn da unterstützt haben, haben das auch gleich für sich geclaimt und gleich auch entsprechend geframed. Und also Florian Aigner zum Beispiel hat da gleich Statements rausgehauen, die andere zum Widerspruch veranlasst haben. Und dadurch war die Debatte dann auch öffentlich. Ja, gut, das muss man dann, es ist so lustig, eigentlich kann man das immer so hin und her spielen. Dann kannst du auch sagen, ja klar, wenn du was sagst, dann gibt es halt auch Kritik. Aber ich weiß gar nicht, was mich eigentlich hier wieder auch am meisten stört, dass Holm am Ende sowas sagt wie, ja viele wollen ja einfach nur die skeptische Idee unterstützen und sie wollen jetzt auch nicht irgendwie wütende Mails lesen oder so. Auch hier wieder diese total spürbare Angst oder vorgeschobene Angst, ich weiß es nicht, es könnte jetzt mal ein bisschen ruppiger werden. Was ist denn daran so schlimm, solange, solange man fair bleibt, ja, solange wir eben nicht, ich habe es eben schon mal gesagt, solange wir nicht unter die Halb der Gürtellinie schlagen, solange wir nicht irgendwie so pauschal sagen, ah, der ganze Vortrag war Bullshit, sowas brauchen wir nicht. Aber dass man sich mal ein bisschen härter in der Debatte streitet, ist doch wunderbar. Ja, das gehört, also ich weiß gar nicht, warum hat man da so eine Angst vor? Genau, und die wollen keine hochgradig aggressiven Statements. Ja, kann sein. Ich glaube aber jetzt auch nicht, dass da eine Seite großartig vor der anderen zurücksteckt. Ich würde auch sagen, wir könnten jetzt auch mal verbal wieder etwas abrüsten. Absolut, absolut. Beiderseits, da bin ich voll dabei, das ist aber nichts, was man einer Seite ankreiden kann. Und umgekehrt finde ich schon auch immer spannend, dass er sich immer anmaßt, zu wissen, was die Mitglieder wollen. Die Mitglieder wollen das nicht. Ja klar, wenn man die darauf stößt, dass es Streit im Verein gibt, dann sagen einige, ach, ja, wenn das so ist, dann trete ich lieber aus. Die gibt es natürlich. Klar, aber was die Mitglieder wollen, woher will er das wissen? Ich habe manchmal das Gefühl, er verwechselt sich selbst auch schon mit dem Verein so ein Stück weit. Also er möchte auch gerne keine Kritik. Ja gut, du machst dadurch dein Argument halt im Prinzip ein bisschen stärker, als es ist, indem du einfach nicht nur sagst so, hey, ich würde das begrüßen, wenn wir uns nicht so streiten würden, sondern virtuell ziehst du einfach die ganze Truppe hinter dich und sagst, ey, wir wollen das nicht, ohne zu wissen, ob das so ist. Viele Leute haben mich angesprochen, so. Ja, ganz viele Bürger haben mich angesprochen. Ja, ja, genau. Ja, okay, aber es ist nicht zu greifen. Ja, genau, also da noch mal der Ansatz, vielleicht brauchen wir echt so noch ein bisschen mehr Digitalisierung im Verein. Und man auch vielleicht mal, also ich finde es total spannend, vereinsinterne Umfragen werden nochmal super. Also so einfach, muss ja nicht verbindlich sein, aber mal so einen Stimmungstest in den Verein rein. Aber ja, man hat offensichtlich Angst vor der Debatte. Also meine Fraktion hat das nicht, was auch immer meine Fraktion sein sollte. Ich bin immer für offene Debatte und wenn man, wenn am Ende rauskommt, ich habe mich geirrt, ich bin auf dem falschen Dampfer, dann ist das Letzte, was ich mache, darüber mich beschweren, sondern dann sage ich vielen, vielen Dank, weil dann konnte ich was dazu lernen. Also ich kann nicht lernen, wenn wir nicht darüber reden, weil ich, das war schon in der Schule so, ich bin ganz, ganz schlecht im Auswendiglernen und Nachplappern. Ich muss die Dinge immer verstehen. Ja, ich war dadurch nicht der beste Schüler, aber habe es am Ende ja doch relativ weit gebracht, weil mit der Taktik fahre ich eigentlich ganz gut. Ich kann die Sachen immer erst annehmen, wenn ich sie wirklich verstanden habe. Und vielleicht bin ich manchmal ein bisschen schwerer vom Begriff, dann möchte ich gerne die Inklusionskarte ziehen und sagen, da muss die GWUP da auch Rücksicht auf mich nehmen. Und vielleicht ist mir nochmal zehnmal erklären, bis sogar ich es verstanden habe. Na, wenn ich das mal positiv rückmelden darf, was ich immer super finde an deinen Inhalten, ist, dass du oft an Stellen, Fragen stellst und dir das nochmal genau anguckst, wo die allermeisten schon gar nicht mehr fragen, weil die das als gegeben hinnehmen. Und das bringt mich jedenfalls total oft weiter. Deshalb gucke ich deine Sendung auch ganz gerne mit meinen Kindern. Dankeschön, das freut mich. So, wir gucken den nächsten Clip. Diese ganze Debatte auch mit Vokeness und bla, die versammelten ja bisher alle. Niemand hat bisher wirklich herausgearbeitet, was versteht er denn unter Vokeness? Wo genau sollen anscheinend Diskussionen über Vokeness verboten worden sein? Da werden dann immer so einzelne Wortbruchstückchen aus deinen Statements dann rausgegriffen, die aber völlig aus dem... Du beziehst dich jetzt auf Holm, ne? Genau, auf Holm. Ja, ja, Entschuldigung. Ja, für die Zuhörer, Entschuldigung. Aber, dass ja einzelne Worte ja auch in den kompletten Satz eingebettet sind, auch im Kontext ergeben, und dass es häufig eher darum geht, so generelle verallgemeinende Tendenzen zu vermeiden, das wird dann unterschlagen. Und das macht mich dann auch sauer. Und da stehe ich dann halt auch da und versuche, Konter zu geben. Aber es kommt halt nichts. Also, wo sind die wirklich inhaltlichen Debatten? Wenn man anscheinend doch so viel inhaltlich debattieren wollte, was einem jetzt verboten wurde. So, hier, ich bin da. Okay, du musst mir kurz erklären. Ich habe nicht so ganz verstanden, was dein Problem ist. Also, er sagt zum Beispiel, Vokeness wird nie richtig definiert. Einer erklärt das richtig. Und ich würde aber sagen, doch, das wurde schon erklärt. Ich meine, bei Vokeness ist es jetzt nicht so, also, es gibt irgendwie nicht das Woke Manifest oder so, ja? Genau. Wie ist das? Ist jetzt nicht so die Woke-Bibel, wo das alles einmal niedergeschrieben ist? Das haben wir nicht, ja. Genau, es gibt keinen Religionsstifter oder so, der das in Form von Gesetzestafeln irgendwo runtergetragen hat. Und es gibt kein politisches Manifest, das irgendjemand hinterlassen hat und auf das man sich jetzt genau beziehen kann. Aber man kann es schon beschreiben und es wird permanent erklärt. Und ursprünglich war Vokeness halt die Sensibilität für Unterdrückung und kam ja auch aus dem Lager selbst. Und heute wird man halt sagen, Aktivismus und auch universitär betriebener Aktivismus basierend auf dieser Critical Social Justice Ideologie. Ja. Und ihr zum Beispiel habt, ihr habt ja ganze Sendung dazu gemacht und habt das genau erklärt. Martin Mahner hat, genau. Also, da sind ja auch viele, natürlich, man versucht jetzt letztlich, also was jetzt auch der Sebastian Hirsch hier versucht zu sagen, ja, aber wo ist denn jetzt mal die Woke-Religion, die sich jetzt da irgendwie mit dem Zentralrat der Wokies zusammensetzt oder wo ist die Woke-Partei? Nein, so funktioniert es natürlich nicht. Es sind aber so ganz, ganz wiederkehrende Mechanismen, die einfach auffallen. Das ist zum Beispiel diese etwas missverstandene Intersektionalität, dass diese Diskriminierungsformen sich eben aufaddieren und das ist auch häufig nicht falsch in der Analyse. Es ist aber im Umkehrschluss ein Problem, wenn du daraus eben so eine Art Ranking machst und dass das stattfindet, dafür gibt es unzählige Beispiele. Ich hatte es in meiner Sendung, da saß dann bei Maischberger oder Ilna, ich kann die nicht auseinanderhalten, saß dann die Löwenherz oder so hieß sie, die dann einfach eiskalt gesagt hat, genau diese Opfer-Hierarchie aufmachte und zu Harpe Kerkeling sagte, so wir sind ja jetzt beide, also sie ist lesbisch, er ist schwul, ich bin aber noch zusätzlich Frau, also bin ich. Sie hat das genau illustriert. Es gäbe kein Punktesystem. So ein Punktesystem. Und in der Sendung hat Harpe Kerkeling auch nochmal gesagt, aber ich verstehe das nicht, wenn wir jetzt mit so einem Punktesystem, muss ich dann mit der Karteikarte nachher mein Drehbuch schreiben. Also das ist doch total sichtbar. Das ist jetzt nicht irgendwas Fantastisches. Und das ist ein Segment, wo man einfach immer wieder sieht, es führt zu sehr skurrilen Blüten, diese Idee dahinter. Und das jetzt zu sagen, ja keiner kann das definieren. Ja, das stimmt halt nicht. Das wird sehr, sehr häufig ganz klar gemacht, wo es zu Problemen führt. Und das Lustige ist, das möchte ich noch so sagen, bei The Voice of Reason, wo wir das kritisiert haben. Ich weiß nicht, wie oft wir immer noch dazu gesagt haben, man bedenke, es ist nicht alles falsch da dran. Man bedenke, es kommt nicht aus einer, es kommt aus einer guten und edlen Idee. Man bedenke, diese Wokeness aus der ursprünglichen Gedanken, war aus der Frauenbewegung, schwarzen Frauenbewegung, aus US-amerikanischen Geschichte heraus. Wir haben das sehr, sehr klar gemacht, dass das eben einen sozusagen noblen oder edlen Ansatz hat, aber eben, wie so häufig, wenn man es überspitzt, wenn man es vereinfacht, wenn man es in Aktivismus überträgt, zu starken Problemen führen kann. So, mehr haben wir nicht gemacht. Genau. Und zum Beispiel Martin oder Nikhil hat auch Artikel vorgelegt, ihr habt Sendungen dazu gemacht, ihr habt ganz genau dargelegt, welche Punkte kritisch sind daran. So wie du sagst, ihr habt die nicht pauschal disqualifiziert, sondern ihr habt genau gesagt, welche Aussagen im Einzelnen problematisch sind. Und deshalb läuft die Kritik ins Leere. Ich muss aber sagen, wenn er da sagt, er möchte gerne diskutieren und hier, komm mal her, da muss ich sagen, also gerade mit Leuten, die so diskutieren, wie er ja selber in dem Clip vorher gesagt hat, wie er diskutieren möchte, möchte ich halt nicht diskutieren. So möchte ich nicht diskutieren. Weil das ist, da wüsste ich genau, wie es abläuft. Dann stelle ich irgendwie eine Frage, die ihm nicht passt und dann wird es halt heißen, ich bin ein rassistischer Trottel. Und genau so ein Framing oder so eine Beleidigung brauche ich halt nicht. Mache ich auch nicht. Auf einem gewissen Mindestniveau, Mindestmaß an Anstand müssen wir uns einfach begegnen, sonst bin ich auch raus. Ansonsten bin ich immer offen für jede Debatte. Genau. Gut, dann schauen wir uns mal den nächsten Clip an. Achso, eine Sache ist mir gerade noch eingefallen, wo ich mich auch gefragt habe, das hatte ich auch in meiner Sendung, wenn man so empfindlich auf das Wort Woke oder Wokeness reagiert, und ich frage mich dann immer, ob die Leute, wie jetzt auch Sebastian Hirsch, eigentlich gar nicht mitbekommen haben, dass es ja durchaus schon einiges an Woke-Kritik gibt von absolut dem Lager, dem man es gar nicht jetzt vermutet hätte. Zum Beispiel Barack Obama, der selber vor vier Jahren schon sagte, da läuft etwas schief. People, die sich selber als Woke bezeichnen, aber eigentlich nur Steine schmeißen, das ist kein Aktivismus. Ja. Würdest du jetzt, also würde man jetzt Woke von links kritisiert, ne? Ja, genau. Und würde man jetzt einem Obama vorwerfen, er verbreitet jetzt Neurechte-Narrative, also jetzt langsam wird es ein bisschen bekloppt, ne? Also, genau. So, wir gucken mal weiter. Ich habe am Ende der Mitgliederversammlung, ich habe danach auf der Mitgliederliste, ich habe im skeptischen Netzwerk geschrieben, wenn jemand Bauchschmerzen hat, wenn jemand Bedenken hat zu dem Kurs, den wir fahren wollen, wenn jemand nicht versteht oder nicht einverstanden ist damit, dass ich gerne die GWOP wieder so hätte, wie sie bis vor anderthalb Jahren war, oder wie sie noch vor anderthalb Jahren war. Das sprecht mich an. Also, ich nehme mir auch die Zeit. Das hat tatsächlich eine Person getan. Dann sind ein paar dabei, wo ich das dann getan habe, weil ich gesagt habe, mit denen muss ich doch jetzt mal reden. Und die Ergebnisse waren sehr unterschiedlich. Also, wie gesagt, mit Amadeo kann man da, klar, der brauchte seine Zeit, aber kann man da wunderbar reden. Es gibt auch ein paar andere, wo man sagt, okay, wir haben eine Ebene, auf der wir zusammenarbeiten können. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass da Leute waren, wo es gerade im persönlichen Gespräch dann eigentlich nur noch Anfeindungen kamen. Ja gut, kann ich jetzt nicht so viel zu sagen. Also, was er persönlich erlebt und erfährt, weiß ich natürlich nicht. Also, ja genau, weiß ich auch nicht. Ich weiß mal zumindest anekdotisch, dass sich auch Leute an ihn gewandt haben und haben da keine Reaktion erfahren. Gut, also kann mir auch passieren, dass mir mal eine Nachricht durchrückt, aber ich würde auch sagen, wenn ich so eine Wahl zum Vorsitzenden hinter mir habe und merke, dass mir Misstrauen entgegenschlägt und dass mir Leute erstmal nicht vertrauen und dass es Widerstand gibt dagegen, dann kann man natürlich sagen, ich habe angeboten, jeder kann zu mir kommen und also, wenn ich es jetzt mal böse sage, jeder kann zu mir gerutscht kommen und darf mir den Ring küssen. Man könnte aber auch sagen, ich gehe mal dahin, wo die Mitglieder sind und spreche die da an. Ich glaube, das hat er bei einer Regionalgruppe gemacht, wenn ich richtig informiert bin, aber ich habe das im Breiten nicht mitbekommen, dass er auch mal seine Kritiker sozusagen aufgesucht hätte oder proaktiv mal hingegangen wäre und gesagt hat, lass uns reden. Und es klingt jetzt so, als sei Amadeu inzwischen total happy, ist er aber nicht und Amadeu ist auch Mitinitiator der skeptischen Gesellschaft, ein Projekt, das Holm gerade torpediert. Ja, und auch hier nochmal möchte ich sagen, also ein Take, der wiederholt sich halt immer wieder, die GWP soll bitte so bleiben, wie sie vor anderthalb Jahren war. ich weiß nicht, also das ist immer so das Problem, wenn du eigentlich nicht klare Grenzen beziehungsweise ja so Eckpfeiler in einem Verein klar machst, worum geht es, ja, weil dann nimmst du ja auch jegliche Möglichkeit zu verändern. Die Welt dreht sich weiter, die Probleme verändern sich. Heute ist zum Beispiel das Wissen über Homöopathie schon wesentlich weiterverbreitet. Die meisten Menschen wissen, dass das halt keinen Effekt außerhalb des Placebo-Effekts hat. Warum? Weil es von der GWP ja auch stark verbreitet wurde. Das heißt, zu sagen, es soll immer so bleiben, wie es ist, heißt ja aber auch, du hast ja auch nie neue Aufgaben. Das kann ja nicht sein. Das ist ja Quatsch. Sonst würdest du ja auch nie erfolgen. Und war vor Jahrzehnten noch politisch, als wir angefangen haben damit die Debatte. Heute sagt jeder, ist ja kalter Kaffee, weiß doch jeder. Weiß doch jeder, aber warum weiß das denn jeder? Genau. Und das ist ja etwas, wo ich dann auch denke, das erübrigt sich eigentlich dieses Problem, wenn man eben einmal klar macht, wofür steht die GWP, was sind unsere Spielregeln, was heißt kritisches Denken, weil dann ist das mit diesen Themen völlig egal, weil dann kann jeder sich einbringen in ein Thema, was ihn irgendwie interessiert. das wäre mein Vorschlag. Ich weiß, dass Holm und die Fraktion das nicht haben wollen und sie, beziehungsweise ich habe die Frage öfter gestellt, ich kriege die Antwort nicht. machen wir vorher jetzt eine Themenauswahl, ja oder nein? Ich kriege das immer nur so über halt, so aus zweiter Reihe jetzt mit, so ja, man will diese Themen nicht und so weiter, aber das muss man doch mal ansagen oder traut man sich nicht, diese Ansage zu machen, weil man vielleicht Angst hat, wenn man diese Ansage machen würde, dann stinkt das Ganze halt leider schon ziemlich nach Zensur. Irgendwie will man zensieren, aber man will sich den Vorwurf nicht gefallen lassen oder wie, also man muss man auch mal irgendwann klare Kante und das ist ja das Einzige, was ich verlange, dass ich sage, jetzt sag doch mal, was eigentlich Sache ist. Man muss doch wissen als Mitglied, was kann ich machen, was kann ich nicht machen und wenn ich dann merke, okay, so ist es und ich kann mich damit nicht anfreunden, dann habe ich halt natürlich die Option, mich dagegen stark zu machen, Mehrheiten zu finden, die das vielleicht anders sehen und so weiter. Okay, wir gucken mal weiter. Und man muss halt eben Begriffe definieren und es ist halt, momentan habe ich den Eindruck, dass jeder eine andere Definition davon hat, was Cancel Culture ist, was Vogue ist und die halt um sich wirft und aber nie die Gelegenheit gibt, dass man sich mal vom Vorfeld darauf einigt, von welchen Konstrukten man da spricht und es kommt halt eben auch irgendwie erschwerend hinzu, dass ich mich dann halt immer wieder frage, also das kommt doch zu Holmes Forderungen mit, wir wollen die alte Gruppe zurück ist. Ist das eine Debatte, die wir in der Gruppe führen sollten oder gibt es dafür nicht andere Plattformen oder andere Vereine? Ja, da geht es, also da kommen wir glaube ich zum Kern des Ganzen. Ja, das würde ich auch gerne wissen. Wie finden wir das raus? Also ich habe da eine Antwort dazu. Ja, ich würde sagen, wir haben die Skeptische Gesellschaft gegründet als Initiative von GWOP-Mitgliedern für GWOP-Mitgliedern und hoffentlich für zukünftige GWOP-Mitglieder und genau da soll das gemacht werden. Nicht anderswo und zwar, weil es Mitglieder gibt, die sich gerne damit beschäftigen möchten und da Engagement zeigen möchten und ich sehe überhaupt gar keinen Grund, warum man das abwürgen sollte. Und wenn sie da, also wenn sie sich beteiligen möchte an der Debatte und was dazu beitragen möchte, zum Beispiel Begriffe für uns klarer machen, die wir nicht so ganz klar bekommen, dann ist sie herzlich eingeladen, da mitzumachen. Und ich bin tatsächlich sehr interessiert daran, auch andere Standpunkte da kennenzulernen. Also auch da jetzt, ich würde das, was Rebecca gerade gesagt hat, ja gar nicht als Kontra-Argument nehmen, sondern sie sagt ja auch so, ja, es ist ja irgendwie gar nicht klar, was ist denn jetzt mit Cancel Culture, jeder versteht da was anderes drunter. Perfekt, dann möchte ich gerne den GWOP-Beitrag von einer Person, die sich damit beschäftigt, ja, haben, was ist Cancel Culture und was könnte man verstehen, was ist Cancel Culture von eher linksidentitärer Ausrichtung, was ist Cancel Culture von der Rechtsposition, ja. Ich habe zum Beispiel schon einen Artikel vorgelegt, ne, zur Cancel Culture. Da steht schon ein bisschen was drin. Ja. Ist jetzt... Das ist doch völlig gut. Das ist ja eben nicht zu sagen, es gibt Cancel Culture, sondern genau das, das ist ja auch, was ich im Prinzip in meiner Sendung ja auch mal gemacht habe, dass ich gesagt habe, ich beobachte eine Cancel Culture zum Beispiel, also das ist ein Aspekt der Cancel Culture, die ich immer, wo ich das Gefühl habe, die wird ein bisschen übersehen, weil was häufig dann als Cancel Culture öffentlich gebranntmarkt wird, ist ja die, einfach nur die Kritik an sehr prominenten Menschen, die aber danach kein bisschen gecancelt werden, ja, deren Buchauflage meistens vielleicht sogar dann noch steigt, die sich dann auch als Opfer inszenieren können. Das ist doch keine Cancel Culture. Nein, genau. Das ist ja auch immer das Gegenargument, was ich glaube, das hatte Rebecca sogar selber auch in einem WTF-Talk mal gebracht. Und jetzt genau das, was du sagst, klar sind die Leute nicht gecancelt, aber Teil der Cancel Culture, und das habe ich in meinem Artikel auch geschrieben, ist halt aber auch, dass andere Leute wahrnehmen, was mit Leuten passiert, die sich so ins Fenster stellen. Die sehen nämlich, oh, da gibt es aber ganz schön böse Haue, das will ich lieber nicht. Und das heißt, der Effekt auf die Leute drumherum, von denen man nie hört, weil die ihre Meinung dann nicht mehr offen auf Twitter schreiben, auch das ist Cancel Culture, aber das ist ein Phänomen, über das man in dem Zusammenhang nie spricht. Klar, Dieter Nuhr hat weiterhin eine große Fernsehshow und saugt da Honig draus. Ja, und das auch dann zum Beispiel, war jetzt neulich wieder, Thomas Gottschalk sagt, ich kann ja nicht mehr sprechen und dann sage ich lieber gar nichts mehr. Dann hört er mit Wetten das auf, was er irgendwie, keine Ahnung, 85 Jahre lang gemacht hat, kriegt wahrscheinlich nächste Woche eine neue Sendung bei RTL. Entschuldigung, das ist so weit weg von Cancelung natürlich, ja, aber die, 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 die Nebeneffekte, die Kollateralschäden, die dadurch entstehen, die darf man ja nicht unter den Tisch fallen lassen, und eben, wie gesagt, das Argument bringe ich ganz gerne, die schlimmste Cancel Culture ist die, die du gar nicht mitbekommst, weil das ist die Einladung, die nie ausgesprochen wurde. Das wäre zum Beispiel so, was man in meinem Fall, was in meinem Fall schon häufiger passiert ist, mir werden Dinge vorgeworfen, unter anderem auch von einem Sebastian Hirsch auf Twitter und so weiter, die mich, er macht das, er sagt, gibt es ja auch zu, er sagt dann so, dann nenne ich die halt rassistische Trottel, weil die provozieren. So, was passiert dann? Dann steht dieses rassistische Trottel, dann übernehmen das ganz viele von irgendwelchen Lemmingen und schreiben das, reproduzieren das, reproduzieren das. So, und jetzt passiert etwas ganz Interessantes. Vielleicht gibt es ja irgendeine Sendung, wo vielleicht mal interessante Gäste eingeladen werden sollen und dann gucken die, vielleicht sollten wir den Sinan mal einladen und dann gucken die, problematisch, nee, weißt du was, den laden wir lieber nicht ein, keine Lust auf die Debatten nachher bei Social Media. So, dann bin ich gecancelt worden, ohne dass ich das jemals erfahren werde, weil die Einladung einfach nie bei mir eingetroffen ist, aufgrund von Leuten, die irgendeine Scheiße schreiben, die sie nicht begründet haben. So, das ist für mich unter anderem Cancel Culture und die muss man einfach mal ansprechen und ob ich das, es ist für mich eine Definition, wenn wir das, wenn man, da gibt es mehrere Definitionen von. Ja, darüber, aber wie gesagt, auch da wieder, über alles bitte mal ganz sachlich reden, dann haben wir es doch. Ja. Nächster Clip. Mir ging es darum, mir ging es darum, dass ich halt in dieser Debatte gesehen habe, dass mir so Tendenzen aufgefallen sind, die mir auch im akademischen Umfeld oft, vor allen Dingen im deutschsprachigen Raum oft entgegenkommen. Dieses, nur Naturwissenschaften sind Wissenschaften, Geisteswissenschaften und Sozialwissenschaften haben keinen Platz in der wissenschaftlichen Weltsicht. Die Art und Weise, wie ihr Wissen generiert und definiert, ist einfach falsch und das hat man meiner Ansicht nach auch viel in diesen Diskursen rund um den Artikel. Okay. Ja, ich glaube, dafür werde ich so ein bisschen angesprochen. Das ist so der eine Punkt, wo ich wirklich zugebe, da öfter mal mich nicht ganz gut, nicht anständig ausgedrückt zu haben, also meine, meine, ich komme aus einem Naturwissenschaft, nee, was ist das, Ingenieurswissenschaftlichen Bereich und bei Sozialwissenschaften habe ich häufig so ein, so ein Schmunzeln im Gesicht und man könnte mir vorwerfen, ich würde da so ein bisschen von oben herab arrogant drauf gucken, ja, den Vorwurf muss ich mir gefallen lassen, weil ich es definitiv in meinem Leben schon öfter mal gemacht habe, die, da gebe ich, da hebe ich meine Hand und sage, sorry, gebe ich zu, aber auch hier sage ich, ich bin ja lernfähig, also wenn man mir dann zeigt, okay, auch die Sozialwissenschaften sind natürlich Wissenschaften und da wird wissenschaftlich gearbeitet, wenn es dann tut, dann bin ich auch total bereit, das natürlich anzuerkennen. Ja, ich würde auch sagen, es gab auch in der Vergangenheit immer mal auf der Mailingliste Äußerung aus der Naturwissenschaftler-Ecke, wo ich sagen würde, das geht zu weit, aber so wie es Rebecca hier vorbringt, ist das ja auch eine völlig vage Anschuldigung und wenn zum Beispiel Martin Mahner oder Nikhil kritisieren, dass es Bereiche in den Geistes- und Sozialwissenschaften gibt, die einfach denken, wo was falsch läuft und das sind ihrer Meinung nach die Critical Studies, dann ist das ja eine legitime und belegte Anschuldigung, mit der man sich ja auch konkret auseinandersetzen kann, das ist ja kein Mobbing an der Stelle. Ja, und auch, muss man ja sagen, also es gibt ja jetzt interessanterweise, seitdem wir diese Debatte innerhalb der GWUP haben, haben wir ja Leute wie Sebastian Schnelle promovierter Philosoph, haben wir ja Holger Marx, wir haben ja jetzt die Sozialwissenschaften Profis, ja, da kommt doch gar nicht, wir haben auch auf der anderen Seite, Lydia Benecke ist Psychologin zum Beispiel, also nicht erst jetzt bei neueren Mitgliedern, wir haben schon immer auch einen breiten Anteil an Geisteswissenschaftlern gehabt und ich würde mich halt freuen und dann, damit würde sie sich vielleicht dann auch für den Wissenschaftsrat anbieten, ja, sie kandidiert jetzt, aber ich habe von ihr noch nie was Relevantes gelesen zu skeptischen Themen, also vielleicht ist mir was entgangen, ich habe aber auch in ihre Publikationsliste mal geschaut, da finde ich nichts und dann würde ich mir halt wünschen, dass sie sich auch in der Form dann in die Debatten einbringt. Also können wir auf jeden Fall mal so wohlwollend sagen, dass das verächtlich machen irgendwie von Sozialwissenschaften ist definitiv keine Idee, die wir hier reinbringen wollen und also von mir aber meiner Seite auch gar nicht, genau, also ja, machen wir weiter. Du merkst, ich diskutiere recht passioniert. Der Dissens mit Martin Mahner, also zumindest bei mir persönlich, liegt einfach daran, dass es also mit Verlaub absolut unwissenschaftlicher Bullshit ist, was er da geschrieben hat. Ich kann es nicht anders sagen. Und wie das nun mal als Skeptiker ist, weißt du, wenn du Behauptungen aufstellst, vor allen Dingen solche schwerwiegenden Behauptungen, hast du eine Beweislast? Okay, also man merkt jetzt gerade, da ist ein Schnitt schon zu dem zweiten Gespräch mit Bartow, also sie hat da glaube ich andere Sie hat sich nicht währenddessen umgezogen, nein. Und man hat sie gemerkt, es ist zusammengeschnitten. Genau, zusammengeschnitten, damit man eben klarstellt, also im ersten Video sagt sie Du merkst, ich diskutiere recht passioniert. Also diskutiert gerne passioniert, um dann eben aber auch gleichzeitig zu sagen, dass der Artikel oder die Arbeit von zumindest bei mir persönlich liegt einfach daran, dass es also mit Verlaub absolut unwissenschaftlicher Bullshit ist, was er da geschrieben hat. ich kann Ja, da muss man jetzt mal sagen, also Martin Mahner ist ein verdienter Skeptiker, der seit Jahrzehnten dabei ist und er ist ein renommierter Wissenschaftsphilosoph, der eine lange Publikationsliste zu wissenschaftsphilosophischen, wissenschaftstheoretischen Themen hat und der ist sehr anerkannt und einen verdienten Kollegen auf die Art persönlich anzugehen, da sollte man schon ein bisschen Evidenz im Gepäck haben, würde ich mal sagen. So und das ist ja jetzt, deswegen ist es glaube ich zusammengeschnitten worden, weil es natürlich dadurch ein bisschen ironisch auch wird, wenn man solche Anschuldigungen erhebt. Und wie das nun mal als Skeptiker ist, weißt du, wenn du Behauptungen aufstellst, vor allen Dingen solche schwerwiegenden Behauptungen, hast du eine Beweislast? Ja, genau. Also Martin Mahner hat absolut unwissenschaftlichen Bullshit geschrieben. So und da würde ich doch sagen, liebe Rebecca, schreib doch mal ein Antwortpapier, Martins Papier ist glaube ich sieben Seiten lang, schreib doch mal ein Antwortpapier darauf, ein Artikel für den Skeptiker oder wie auch immer und setz dich damit auseinander und das wäre gewinnbringend für uns alle, wenn wir uns mit den Argumenten auseinandersetzen könnten. Weil es kann ja sein, vielleicht hat sich der Mahner ja auch keine Ahnung komplett verzettelt und das war vielleicht war das kompletter Bullshit. Dann ist ja gut, wenn wir jemanden haben, der das mit Superargumenten entlarvt. Also das wäre ja auch etwas, das würde ich ja absolut begrüßen, wenn das jemand tut, dann kann auch der Mahner noch was lernen, ja, dann sagt er, oh danke Rebecca, dass du mir das nochmal erklärt hast. Aber damit hat sie sich jetzt eigentlich auch ein Stück weit finde ich in die Pflicht genommen, das dann jetzt auch mal zu belegen, was sie da betrachtet. Nimm dir die Zeit, setz dich hin und wir sind alle ganz gespannt, weil ich möchte auch noch ganz, ganz viel in meinem Leben dazulernen. So, wir gucken den nächsten Clip. Was ich als jemand, der es ja am Anfang nur vom Rand betrachtet hatte, etwas irritierend fand, war, viel von der Debatte resultiert ja auch aus dem Wunsch, sich stärker mit bestimmten Geisteswissenschaften auseinanderzusetzen und ich weiß es gerade nicht, aber ich glaube, wir haben nicht sehr viele Geistes- und Sozialwissenschaftler im Wissenschaftsrat. Okay, stimmt das? Nee, das stimmt gerade nicht und da würde ich sagen, also wenn man dann über die offiziellen Vereinskanäle auch sprechen will, dann müsste man sich damit vielleicht mal auseinandersetzen. Es ist jedenfalls eine steile These, die hat Holm neulich auch schon mal irgendwo vertreten, aber es ist sogar tatsächlich so, dass die Mehrheit der Personen im Wissenschaftsrat Geisteswissenschaftler oder Sozialwissenschaftler sind oder zum Teil doppelte Abschlüsse haben, also manche haben auch einen naturwissenschaftlichen Abschluss und einen geisteswissenschaftlichen Abschluss. Das Beste aus zwei Welten. Genau, also wir haben Philosophen mit Nikhil, Nikhil Mukherjee und der hat Vollmar drin, auch ein sehr bekannter Philosoph. Wir haben eine ganze Menge Psychologen drin mit Christoph Börtlein, Wolfgang Hell, Peter Brugger, bis vor kurzem auch noch Rainer Wolf, der ist leider im Oktober verstorben und Lydia Benecke ist ja auch noch im Wissenschaftsrat als Psychologin. Wir haben Personen mit Abschlüssen in Ökonomik mit Ulrich Berger und Nikhil hat auch Ökonomie studiert. Wir haben mit Christoph Börtlein nicht nur einen Philosophen, sondern auch einen Germanisten mit drin und Dittmar Graf und Babo Walker sind Erziehungswissenschaftler. Okay, also kann man im Grunde sagen, sorry Sebastian Hirsch, hier haben wir einmal den Faktencheck durchlaufen lassen. Völlig auf dem falschen Gleis und wie wir gerade gehört haben, werden dann noch Geisteswissenschaftler wie Martin Mahner eben von der anderen Seite abqualifiziert oder Anna Vero-Wendland könnte man auch nennen, die ist Historikerin. Wobei die in der Regel nicht für ihre Arbeit als Historikerin angegangen wird, sondern bei anderen Themen. Okay, dann kommen wir in den nächsten Clip. Kannst du uns sagen, wer Marie Vollbrecht ist? Ich glaube, die kennt mich hier da. Marie Vollbrecht ist eine relativ populäre Biologin, die eben mit Vorträgen darüber aus Hirn geht, dass es in der Biologie halt nur zwei Geschlechter gibt. Was, wie gesagt, wenn du über Fortpflanzungszellen spricht, eine Trivial-Aussage ist, dann, aber die gleichzeitig halt sehr aktiv sich daraus eben auch gesellschaftspolitische, teils, nicht mal unbedingt Schlussfolgerungen zieht, aber gleichzeitig gesellschaftspolitisch sehr aktiv ist gegen Rechte von Transmenschen. Und das, wenn man das eben in diesem Zusammenhang präsentiert, dann wird es halt problematisch. Also generell darf man das sagen, dass es nur zwei Geschlechter gibt, aber wenn es die falsche Person sagt, dann ist das irgendwie problematisch. Soll ich mal fies sein? Ja, sei mal fies. Weißt du, wenn du ein starkes Argument bringen willst und du stammelst einfach eine Minute rum und merkst die ganze Zeit, dass du eigentlich so rumeierst, dann kann es vielleicht sein, dass das, was du sagst, nicht so richtig stichhaltig ist. Er sagt, also was ist denn die Aussage? Kannst du es mal ganz klar sagen? Also ihre Aussage auf ihren Vorträgen ist anscheinend Trivialbiologie. Ist einfach, ja gut, okay, ist so, weiß jeder. Okay. Ich weiß auch gar nicht, ja. Was kommt denn dann? Also dann kommt so, ja, aber da sind auch so ein paar Aussagen gegen Transrechte. Stopp, das ist nämlich schon wieder so ein Twist, der häufig gemacht wird. Frauen, kann man sich jetzt, ob man das so sieht, ist völlig irrelevant, aber es gibt Frauen, die sagen, nein, wir möchten unsere Frauenrechte schützen. Dass du daraus das umdrehst und sagst, ja, aber das greift gleichzeitig die Transrechte an. Ja, meinetwegen, dann müssen sich halt die einigen. Aber du kannst es nicht jedes Mal einfach so umdrehen, das funktioniert nicht. Du kannst nicht einfach nur sagen, ja, aber ich möchte gerne das. Ja, aber das betrifft ja auch die, dann bist du da feindlich. Nein. Ja, und wenn das so eine Trivial-Aussage ist, warum ist es dann eigentlich ein Problem, wenn man die äußert? Verstehe ich irgendwie überhaupt nicht. Und ich weiß auch gar nicht, seit wann teilen wir Aussagen in den Wissenschaften in Trivial-Aussagen. oder was ist eigentlich das Gegenteil von einer Trivial-Aussage? Also er ist ja Physiker, also Schwerkraft in der Physik ist wahrscheinlich auch eine Trivial-Aussage, oder? Aber man braucht es halt, um bestimmte Phänomene zu erklären. Ja, aber ich sag ja, also wir haben 45 Sekunden gehört, irgendwas ist da, aber so richtig, keine Ahnung. Ja, also Marie-Louise Vollbrecht im Übrigen ist für mich nochmal so ein Kapitel für sich. Das wäre im Übrigen auch das, was ich sagen würde, was Andreas Edmüller in seinem Vortrag gesagt hatte unter Woke-Phänomen, was eben daraus resultieren kann. Das finde ich, sieht man auch sehr gut bei Marie-Louise Vollbrecht. Man kann immer darüber streiten, zu sagen, so ja, natürlich provoziert sie. Ja, sie provoziert auf Twitter, sie weiß genau, wie man Stiche setzt, setzt und so weiter. Und jetzt ist eben dann die Frage, macht man es wie Sebastian Hirsch, zu sagen, ja, wer provoziert, der ist eigentlich vogelfrei, da können wir alles draufpacken, oder sagt man, ja gut, in gewisser Weise muss man Provokationen auch einfach mal aushalten. Ich bin eher Fraktion, man muss Provokationen auch mal aushalten. Das, bei Marie-Louise Vollbrecht, ist es wirklich, das hat absurde Züge angenommen, aus wirklich, wie Holm hier sagt, Trivial-Aussagen wurden, gingen so weit, dass ja die Uni sich von ihr distanziert hat. Das neueste Urteil ist, weil sie dagegen geklagt hat, ist, dass die Uni das zurücknehmen muss. Das muss man sich auch mal vorstellen. Also die Uni hat sich nicht vor sie gestellt, schützend, hat gesagt, nein, die Aussage ist korrekt, das kann man auch sagen. Nein, sie hat sie nach vorne geschoben, hat gesagt, nee, damit wollen wir nichts zu tun haben. Hat sie eigentlich auch noch sozusagen, also wirklich zum Fraß vorgeworfen, wenn man jetzt mal böse formulieren möchte. Und das wurde jetzt von einem Gericht mal anerkannt. Also da sind, also wer jetzt noch Fragen hat, was das Woke-Phänomen ist, also den muss ich manchmal fragen, ihr habt den Schuss nicht gehört. Also da läuft der wirklich so durch die Gegend. Also das ist ja mutwillig, das nicht sehen zu wollen, dass es zumindest problematische Auswüchse dessen gibt. So. Und über den Fall jetzt hinaus, weil ich ehrlich gesagt auch nicht jede Aussage von ihr so kenne, aber so grundsätzlich, wenn Leute auf einmal so im Feuer stehen, ob zu Recht oder zu Unrecht, wie möchte man die eigentlich jemals gewinnen? Also wenn man diese andere Seite, die solche Auffassungen vertritt, wenn man die doch eigentlich gewinnen müsste, weil man möchte ja doch wohl Leute auf seine Seite ziehen. Wie soll das eigentlich funktionieren? Indem man ständig Nazi schreit, und da stößt man die Leute natürlich maximal von sich weg und sorgt nur für Polarisierung. Und das sieht man da ja auch ganz schön. Und bei solchen Fällen fragt man sich dann auch manchmal, wenn dann tatsächlich problematische Äußerungen kommen, was war da eigentlich Ursache und was war Wirkung? Weil ich glaube, diese Debatten gehen an Menschen auch nicht spurlos vorüber, wenn man solche Shitstorms abbekommt. Ja, also das, was Sie abbekommen, ist abartig. Das muss ich mal ganz klar sagen. Also da bin ich mittlerweile sehr, sehr hart und auch in meinem Urteil sehr klar, weil mir dann irgendwann auch egal ist, was jemand irgendwie auf einer Twitter-Plattform geschrieben hat im Sinne von mal wieder irgendeine Provokation oder was weiß ich. Irgendwann hört es bei mir auf, dass ich das irgendwie noch sagen kann, dass, ja, aber da muss man doch mit reagieren, rechnen mit so einer Reaktion. Nein, nein, das ist nicht okay. Und dass da auch so viele mitmachen beziehungsweise oder auch dazu nichts sagen oder wie so eine Uni sich auch nicht mal mit klarer Kante dagegen stellen, das finde ich erschreckend. Und ja, das ist etwas, wo ich denke, das müssen wir gesellschaftlich überwinden, diese Phase. Das ist gerade jetzt so, dass das für viele irgendwie, wir sehen es ja auch meiner Meinung nach genau, jetzt auch mit Holm Hümmler in der GWUP, diese Angst vor der Debatte, diese Angst irgendwie, da könnte ja jetzt gestritten werden und dann machen wir lieber im Vorfeld schon alles dicht und versuchen das klein zu halten. Ich halte das für den komplett falschen Weg. Da muss man jetzt einmal durch. Man muss das ertragen. Man muss sich auch mal wieder hinstellen und sagen, nein, Leute dürfen auch Sachen einfach öffentlich sagen. Menschen dürfen auch provozieren. Da würden die jetzt natürlich sagen, das stellen wir ja nie in Abrede, aber das ist ja immer der innere Widerspruch. Aber wehe, du machst das. So, wir gucken uns den letzten Clip an. Ich meine, ich bin kein Biologe. Ich forsche nicht in der Biologie, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, warum das eine relevante Diskussion für die Biologie ist. Weil jemand, der an Fortpflanzung von Schnecken forscht, Landschnecken sind halt Twitter, dem wird ja niemand kommen und sagen, es gibt nur zwei Geschlechter, du darfst nicht über Schnecken forschen. Das ist doch Quatsch. Und niemand, der sich mit der Übertragung von Genen, wo welche Gene auf der DNA sitzt, wird gesagt bekommen, ja, aber Moment, du musst dich mit Intersexualität beschäftigen. So, nee, mir geht es ja nur um diese Gene hier und die werden natürlich, also da ist eine männliche Eizeile und eine weibliche Eizeile und irgendwie landen die Gene dann auf der, Also das ist ja nichts, was für die Biologie wirklich ein kontroverses Thema sein müsste. Es wird eigentlich immer nur dann interessant, wenn man versucht, aus der Biologie gesellschaftspolitische Forderungen abzuleiten, die eigentlich völlig nichts mit der Biologie zu tun haben müssten. Weil diese gesellschaftspolitische Debatte ja offensichtlich in der Biologie schon Thema ist, aber hast du es so richtig verstanden? Nee, ich würde ihm sogar am Ende Recht geben. Also es ist ja dann immer ein Problem, wenn du versuchst, diese biologische Debatte damit dein gesellschaftliches Ding zu argumentieren. Und genau das ist ja das, was in der Transdebatte gemacht wird. Du stellst, also du veränderst, du versuchst diese Biologie anders darzustellen, als sie eigentlich ist, um damit das gesellschaftliche, gesellschaftliche, politische Ziel, Frau und Mann, sozusagen diese Zweigeschlechtigkeit, um sie aufzulösen. Um das zu legitimieren, musst du sozusagen die Biologie verändern. Und das ist ja die Kritik eben, deswegen kommt doch eine Marie-Louise Vollbrecht mit so einer Trivial-Biologie um die Ecke, dass sie sagt, hey stopp mal, das funktioniert nicht, wie ihr euch das vorstellt. Ihr könnt nicht einfach, also das wäre im Prinzip so, als würde ich jetzt irgendwie, mein politisches Ziel ist, was weiß ich, Flugzeuge zu verbieten. Und ich gehe jetzt, mein Ansatz ist zu sagen, ja Gravitation gibt es gar nicht. Keine Ahnung. So und dann gehe ich da hin und sage, ja, ja, aber wir haben jetzt rausgefunden, Gravitation gibt es gar nicht und deswegen müssen wir Flugzeuge verbieten. So und dann kommt natürlich irgendeiner an und kommt mit Trivialphysik an und wird sagen, hey Moment mal, nein, das gibt es, das ist ganz eindeutig einfach so und diesen Weg, den du gegangen bist, der ist eben nicht, nicht funktioniert nicht. So, was Holm jetzt genauso für ein Problem hat, weiß ich nicht. Also im Übrigen auch da. Also er kann sich nicht vorstellen, warum irgendwen das biologische Geschlecht interessieren sollte. Aber das ist doch offensichtlich ein Unterscheidungskriterium, was man in der Biologie braucht, um bestimmte Sachen auch erklären zu können. Also da kann man am biologischen Geschlecht kann man ja auch eine Unterscheidung vornehmen, würde ich jetzt mal so verstehen. Ja, klar. Also ich kann doch zum Beispiel feststellen, warum auch immer, Frauen leben länger als Männer. Hat das nur soziale Indikatoren? Gibt es da vielleicht was Biologisches? Ist doch eine Fragestellung, die sich die Biologie stellen kann. Oder auch in der Medizin. Wir machen das ständig. Wir teilen alles in Männern und Frauen auf und gucken, wo sind die Unterschiede. Naja, aber da sagt er ja, das ist das Problem. Da sagt er, das ist das Problem, weil das müsste man eigentlich überwinden. Aber für bestimmte Sachen braucht man es halt. Für bestimmte Fragestellungen. Ja, genau. Also das Lustige ist ja auch da, da gerät ja auch sozusagen dieser Trans-Queer-Aktivismus mit Feminismus ja auch komplett gegeneinander. Weil zum Beispiel wird ja häufig auch dann von Feministen gefordert zu sagen, ey, wir müssen mal ein bisschen mehr Rücksicht auf weibliche Körper nehmen. Zum Beispiel bei Körpergröße, Körpergewicht. Wie ist eigentlich ein Auto zum Beispiel von den Sicherheitsvorkehrungen ausgelegt? Eher auf eine, auf welche Körpergröße ist eigentlich das Beste? Also ist das Sicherheitskonzept im Fahrzeug ausgelegt? Weil daraus ableiten kannst du ja sagen, du weißt ja, dass im Schnitt Männer so groß sind und Frauen im Schnitt so groß sind. Das heißt, wir machen da ja so eine Unterscheidung und dann kommt ja das Argument zu sagen, ja bitte auch mal Rücksicht nehmen darauf, wie groß Frauen sind. Oder dass sie vielleicht, oder auch bei Medikamenten, wie viel... Genau, dass Medikamente andere wirken, ist mir auch eingefallen. Und das heißt, du musst ja diese Unterscheidung machen und was die Trans-Queer-Aktivisten ja jetzt daraus drehen, ist ja, ja, das gibt es ja quasi gar nicht. Das ist ja ein Spektrum. Ja, aber dann funktioniert es ja wieder nicht mehr. Genau. Wo ist denn der Unterschied? Das Schneckenbeispiel auch nicht so ganz richtig, weil die haben, glaube ich, beide Geschlechter, tragen beide Geschlechter in sich, aber ja kein drittes. Nee, also ein drittes gibt es bis heute eh noch nicht. Also hat keiner, das ist ja immer dieser Klassiker eben, wenn es mehr als zwei geben sollte, was ist das dritte? Es spielt sich immer alles zwischen den zwei ab. Und das, wo ich bei dieser Debatte auch immer nochmal ganz versuche, ein bisschen Ruhe reinzubringen, ist ja, man müsste ja, da wäre ich jetzt wieder bei Rebecca, erstmal über Definitionen sprechen. Worüber reden wir? Da bin ich absolut auf Rebeccas Seite, dass ich sage, okay, was ist denn überhaupt, und das ist ja der Witz jetzt, wieder Matt Walsh, was ist denn weiblich und was ist männlich? Was ist eine Frau? Das müssen wir erst definieren. Das war so clever, dass die Aktivisten natürlich gesagt haben, nee, das zu fragen ist schon feindlich. Weil sie genau wissen, dass diese Frage nämlich das Problem ist. Weil wenn du vorher, du musst erstmal klar machen, was definieren wir als Mann und was definieren wir als Frau? Und jetzt kannst du nicht hingehen und das wieder rückwärts machen und zu sagen, ja, wir gucken mal, wie sich, in was für einem Spektrum bewegen sich Frauen und was für einem Spektrum bewegen sich Männer und daraus leiten wir dann ab, was Mann und Frau ist. Nein, du musst vorher klar machen, was verstehen wir unter Mann und Frau? Und in der Biologie ist es eben so, soweit ich das, also ich bin auch kein Biologe, aber ich habe jetzt zwingendermaßen mittlerweile mir echt viele Vorträge dazu angehört. Und die Definition ist ja andersrum. Du sagst vorher, es ergibt irgendwie Sinn, dass wir vor allem den menschlichen Organismus in männlich und weiblich einteilen. Ja, und das machen wir eben durch die Gameten, also Spermien und Eizellen. Und danach gucken wir, was gibt es da für eine spektrale Vielfalt auf jeweils einer Seite? Und dass das halt natürlich sinnvoll ist, ist doch klar, weil wir gesellschaftlich nun mal, ich habe mir das früher auch immer gewünscht, dass wir dieses Mann-Frau-Ding so überwinden könnten. Es gibt keinen Unterschied. Also jeder, wie er will. Bin ich auch voll dafür, so klischemäßig. Und da liegen wahrscheinlich auch wissenschaftlich noch eine ganze Menge Fragestellungen drin, die vielleicht noch, weiß ich gar nicht, ob die beantwortet sind oder nicht. Also ich bin bei dem Thema zugegebenermaßen nicht hundertprozentig Firmen. Aber wenn ich an Verhaltensbiologie denke, würde ich doch sagen, da gibt es doch höchstwahrscheinlich Verhaltensweisen, die man eher bei weiblichen Individuen sieht als bei männlichen. Und bei Menschen möglicherweise auch. Wie gesagt, müsste man sich mal anschauen. Und dann wäre es ja interessant zu sehen, wie ist es denn bei Transmenschen, wo das biologische Geschlecht vom sozialen Geschlecht abweicht. So, und auch da, selbst wenn du dann sagst, keine Ahnung, Männer produzieren im Schnitt mehr Testosteron. Ja, also das ist wohl offensichtlich. Und Testosteron zum Beispiel, wenn mich nicht alles täuscht, ist auch ein Hormon, was glaube ich auch Auswirkungen aufs Aggressionslevel hat. Aussage bitte prüfen, ja, Faktencheck mal machen. Oh, wir geraten hier in gefährlich was. Genau, deswegen sage ich das halt dazu. Aber das heißt ja aber nicht, dass jetzt alle Männer den exakt selben Testosteronspiegel haben. Und das heißt eben auch nicht jetzt, also was passiert jetzt, wenn du zum Beispiel einer Frau, und das ist ja dann bei Transmännern so, die dann häufig ja Testosteron nehmen, was passiert dann? Ja, sie entwickeln sozusagen einen Körper, sie streben eine Entwicklung an, die tatsächlich ins männliche Spektrum überwandert. Sie bekommen Bartwuchs zum Beispiel, sie bekommen eine tiefere Stimme und so weiter. Jetzt ist aber die Frage, macht das einen Menschen zu einem Mann? Nein, nein. Und das ist wieder bei dem, so rum funktioniert es nicht, weil es nicht so rum definiert wurde. Definiert wurde es von, am Anfang haben wir Mann und Frau und haben dann geguckt, wie die Spektrum, natürlich können wir das sozusagen mit ganz viel Mühe halt rübershiften. Aber ja, wie gesagt, spannende Diskussion und da vielleicht einen sinnvollen Abschluss zu finden. Und für mich auch absolut eine Diskussion für die GWOP, warum denn nicht? Ist doch total spannend. Finde ich auch. Ja. Da würde ich auch tatsächlich gerne dazu lernen. Ja. Also ich glaube, wie gesagt, da bin ich nicht in der Tiefe drin, wie ich es gerne wäre. Ja. Und auch da würde ich gerne von verschiedenen Perspektiven beleuchtet bekommen, das Thema. Also so gesehen, können wir ja sagen, eigentlich in gerade so hitzigen Zeiten, vollpolitisierten Zeiten, möchte ich mal ein flammendes Plädoyer dafür ausrufen, dass wir sagen, jetzt wäre es eigentlich genau richtig, eine GWOP zu haben, die genau bei diesen völlig überfrachteten, überhitzten Diskussionen mit geilem Beispiel vorangeht und zeigt, okay, so diskutiert man das, so können wir Argumente austauschen und so weiter. Immer oberhalb der Gürtellinie. Hier wird keiner als rassistischer Trottel bezeichnet. Hier wird auch keiner, im Übrigen haben wir das auch nie gemacht, hier wird keiner irgendwie als moralistischer Wokey bezeichnet. Also ich habe noch nie einen von irgendeiner Fraktion hier so bezeichnet. und dann haben wir der Gesellschaft, glaube ich, einen viel, viel größeren Dienst erwiesen, als zu sagen, wir halten uns da überall raus, wir sind der Verein, der Homöopathie blöd findet. Gut. Ja, und wir wären dann, glaube ich, so ziemlich die Ersten, die gezeigt hätten, wie so eine Debatte gelingen kann, an der Stelle. Und deshalb würde ich auch sagen, obwohl es jetzt so einen Streit und so eine Spaltung gibt, gab es wahrscheinlich nie eine bessere Zeit, um in die GWOP einzutreten. Würde ich jetzt mal so als Appell ans Ende stellen. Also wer so eine Debatte möchte, soll bitte beitreten. Ja, gerne beitreten. Skeptische Gesellschaft, ich verlinke auch noch mal das Forum. Da versuchen wir es einfach, genau solche Fragen auf einem Mindestniveau zu beantworten. Auch hier noch mal ganz kurz der Hinweis, hey, wir können uns alle irren, können uns auch mal täuschen und so weiter. Aber da sollte man dann eben auch im Verein so das Vertrauen in die Vereinsmitglieder haben, dass dann der andere einem das wohlwollend erklärt, ohne Angriffe, ohne Diffamierung und so weiter. Und so kannst du am Ende, können alle davon profitieren. Und wir waren jetzt, glaube ich, auch ganz schön kritisch mit Holm. Aber ich möchte schon auch noch mal sagen, also ich finde es gut, dass er sich da jetzt öffentlich auch so geäußert hat und dass man sich mit dem, was er da geäußert hat, auch auseinandersetzen kann. Und ich finde es auch wirklich gut von Bato, dass er dieses Format da gemacht hat und auch den Anschluss-Talk gemacht hat. Und genau, also gerne mehr davon. Am Ende kriegen wir die, weil da bin ich auch der Meinung, die Probleme sind jetzt schon da. Die werden wir nicht mehr wegignorieren können. Und auch wenn sich das Holm vielleicht gewünscht hätte, dass man das jetzt nicht mehr austrägt, das wird jetzt nicht mehr gelingen. Jetzt ist die Phase, wo ich sage, da müssen wir durch. Das müssen wir aushandeln. Das müssen wir ausdiskutieren. Und das werde ich machen. Von meiner Seite aus steht da immer die Bereitschaft, das zu tun. Von meiner natürlich auch. Was für ein wunderschöner Schlusswort. Ja, dann ein sehr langes Video. Danke fürs Einschalten. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.